es ist soweit wir spielen das spiel das jj nicht mag pilgrim dankeschön für fünf monate prime dankeschön ein boot is ready her pens du musst auch ein auge auf youtube haben ich würde gerne beide chats sehen an hallo ich schaff es irgendwie nicht beide chats zu sehen ich freue mich trotzdem drauf hallo happens hallo verox hallo maurice hallo angel hallo olopoto hallo candy mountain hallo jg hallo mlg lol hallo jj ich habe meine schul kaputt gemacht hallo pilgrim dankeschön für deine fünf monate hallo hisui hallo an an gehst du auf die twitchcon eigentlich hallo sind ja hallo anne wegen wegen mir musste eine gamecube kaufen du musst gar nichts warum musste denn jetzt die gamecube kaufen sakura hallo ramos love ramos ist grandios mothra lady pfiff hallo was geht youtube chat wie es gibt keinen guten service der mir den twitch chat und den youtube gleichzeitig anzeigt es gibt services aber diesen schrott die sind einfach schrott bei dem 1 service den ich jetzt habe habt ihr alle die gleiche farbe wie soll ich mit euch reden wenn ihr alle rosa seid ich brauche euch doch in verschiedenen farben dass ich weiß wer ihr seid auf der twitchcon oder doch doku mir habe letztens schon die du gefragt und du bist ja auch noch unschlüssig oder ja die du geht auf die twitchcon ich bin mir noch unschlüssig ich werde nicht wie letztes mal ewig vorher buchen sondern kurz davor weil vielleicht stellt sich ja noch raus dass es kacke wird aber ich würde natürlich die leute gerne wiedersehen ich weiß nur amsterdam war meine erste und das war mega affengeil deswegen rotterdam könnte auch geil sein mensch hallo smasher marco dankeschön für 20 monate ist kein teenager mehr bekommst du in gen 5 in die durch dns klüch ja ich habe vorhin zwei scheine quaff aufgebrütet ich habe es gesehen alle matti hallo sort of the demon king gab es nicht das eine plugin wo dann auch das symbol davor zu sehen ist ja ja es gibt alles aber es ist alles hässlich und kacke und nicht so schön wie ich es gerne hätte das eine kann keine emotes anzeigen das andere hat alle namen gleich das andere lässt die schrift hat nicht vergrößern nichts ist so gut wie chat rino hallo dino hallo lurky hallo miku gen 5 beste regierung hallo robin hallo tako dragon habe mir mit denen kognito was ausgedacht und zwar mache ich einen alten kognito decks für die zweite gen ohne die letzten zwei und einen neuen kognito decks in legenden archives mit den zwei neuen ok ok aber warum legends archers warum dann nicht in neuen kognito decks zum beispiel in feuerrot oder blatt grün viel spaß beim sammeln es sind nur 170 es ist nur die gen mit den meisten pokémon aber das sammeln ist ja das geile ich glaube wir werden aber heute am ende vom stream noch den es klitsch machen einfach nur weil ich angst habe dass eventuell am 8 april das auch nicht mehr geht aber es kann eigentlich nicht sein dass es nicht mehr geht warum soll es nicht mehr gehen es hat ja nichts mit den nintendo server zu tun aber vielleicht ja doch eigentlich nicht hallo igor super video zu gen 4 dankeschön dankeschön das wird noch funktionieren ja es muss aber wir können hier auf nummer hunderttausend prozent sicher gehen und einfach in den es glitsch machen vor april das feuerrot und blatt grün nicht dann legends archers warum schwarz eins und nicht zwei weil schwarz eins und schwarz zwei komplett verschiedene spiele sind und meine regel ist fange alle pokémon in dem spiel in der es das erste mal vorkam kristall ist kein anderes spiel als silber und gold aber schwarz 2 ist ein komplett anderes spiel als schwarz deswegen müssen sowieso schwarz und weiß spielen und dann für die story werde ich noch weiß zwei spielen und dort also weiß zwei muss ich sowieso oder schwarz zwei muss ich sowieso nur spielen wegen den tiergeist formen und dann ich habe noch nie weiß schwarz zwei gespielt deswegen will ich das sowieso spielen und natürlich mir da die tiergeist formen drauf aber man muss mit schwarz eins anfangen bevor man zwei spielt aber da wieder kirito wie ist deine meinung zur rechirer und sekrom wer ist dein favorit sekrom ihr schätzt meine arbeit sehr ich liebe deine videos deine ruhige lustige art mach weiter so robben vielen dank mensch youtube chat richtig nett hey es gibt immerhin jetzt eine liste auf youtube was für eine liste ja aber dann gibt jetzt zumindest die herausforderung taco dragon dass du die incognitrus in legends arcus ohne komplett lösung sucht damit schwer ist was sind den zweiten teil von gen 5 gespielt nein platin war aber auch schon deutlich anders als diamant und perl nee es ist einfach diamant und perl genommen nur besser gemacht schwarz 2 ist tatsächlich eine fortsetzung von schwarz 1 kannst du nicht sagen ach anstelle von schwarz 1 spiel ich einfach schwarz 2 es geht nicht weil es einfach eine fortsetzung ist deswegen heißt es 1 und 2 und nicht grau und beige dann nur dankeschön danu für 13 monate tier 2 danu zettel 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 du hast einen lang lang text reingeschrieben deswegen dein zettel richtig dumm aussieht was hast du denn geschrieben datu danke schön für tier 2 meinung zu gen 5 ich habe erst einmal gen 5 gespielt und das habe ich als das habe ich als ich mache schon manchmal schon an dass habe ich als challenge gemacht ich habe gen 5 noch einmal gespielt und zwar ohne xp zu verdienen also ich habe das komplette spiel durchgespielt ohne xp verdienen zu können das heißt heute wird das erste mal dass ich schwarz normal spiele holst du dir dann zoro in black and white oder black and white 2 ich weiß es noch nicht ich weiß noch nicht was man für zoro machen muss ich habe mich noch nicht so informiert über die pokémon ich werde das spiel erst mal durchspielen ich weiß über die dns pokémon natürlich bescheid ich weiß mehr weiß ich nicht ich weiß dass ich alle versteckten fähigkeiten fangen möchte und dass man das im schwarzen wald oder in der lichtung machen kann aber ich weiß noch nicht viel tako ist mitglied geworden tako dankeschön dankeschön gibt es keinen grund warum du mit schwarz beginnen tust ich tue beginnen mit schwarz weil warum was mit was anderem soll ich sonst beginnen mit weiß ist egal weiß oder schwarz egal ich muss beide spielen und ich mag die farbe schwarz mehr ist das ein grund gerade wieder dabei weiß zwei zu spielen benutze pokémon die ich noch nie in einem durchspielteam benutzt habe ihr könnt weg sieht geben wie ihr wollt solange ihr mich nicht nervt wenn ihr wie immer eine idee habt von wegen du solltest dir ein eneco holen damit du mehr männchen findest oder hier um die ecke ist übrigens etwas das du jetzt holen solltest weil weiß nicht ja ich habe sie verkniffen dass schwarz keine farbe ist hallo ron schwarz bleibt länger weiß ich habe ein paar spirits für euch wir haben anne legen gleich los und diesmal ich die story von schwarz die story story von gen 5 soll ja gut sein deswegen ich glaube ich werde sogar lesen was passiert ane du bist ein patina raja werox du bist ein zitter zelt du bist eine banana oder sanana beere nee banane ist was anderes jj du bist ein absol mbg lol du bist ein magnetilo jj du bist ein terrier wir haben maurice mit einem tregaria wir haben hannes mit einem ninja turm wir haben kira mit einem bösen verräter bärchen hund dave du bist ein rotzesneef pet sneef hisui du bist ein gen 5 pokémon ganovil und master du bist ein stolos hallo naisy die story soll gut sein hast du gen 5 nie gespielt bin jetzt erst da ich habe gen 5 nur einmal als challenge gespielt ohne xp zu verdienen da bin ich durchgerannt fand die story scheiße weil sie religiös ist und dann ja sonst nie gen 5 gespielt hallo philipp hallo alpaca wen starter wirst du wählen serpifoi denn serpi royal ist royal king vielleicht werde ich so halb lesen aber gehört dass wenn man in schwarz und weiß acht mal hin und her rennt und dann stehen bleibt dann soll ein Mew kommen und dir sagen dass du viel spaß auf deinem abenteuer haben sollst stimmt das wir werden das ausprobieren denn acht mal hin und her ist nicht viel kann mir jemand mit pokémon mover helfen habe es leider nicht dann musst du deinen ds modden und dir pokémon mover drauf installieren wie jeder andere mensch auch dem ottero nee ottero ist der hässlichste von den drei finde ich auch wenn ottero auf seiner auf seiner muschel schläft das süß aber admora ist doch nicht cool serpi royal ist cool wer ist eigentlich der feuerstarter achso ferkuli nee ferkuli ist doch nicht cool nicht ferkuli wie heißt es floink floink ist auch nicht cool nee serpi serpi feuer ist die einzig wahre möglichkeit sind meine monster noch legal ja denn du moddest nur dein ds nicht die spiele ihr sagt religion sind kacke dann sind sie auch dazu stehe ich oliva was geht hallo otaku dragon du bist auch gerade mitglied geworden glaube ich ich sehe den youtube chat nicht so gut also ich sehe ihn schon aber es kann sein wir probieren mal seit lange mal wieder auf youtube zu streamen einfach weil wir heute neues projekt starten wenn ihr bock habt den stream aber besser zu sehen mit mehr interaktion dann kommt rüber auf twitch aber ihr könnt natürlich auch auf youtube gucken aber auf twitch habe ich mehr sachen für euch die ihr auslösen könnt und machen könnt zum beispiel zettel und 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 das hier beides seht ihr auch das ist ein kurdel das weiß sogar ich das ist ein kurdel exakt bloody court du bist übrigens im neuen video drin bloody court kommt am donnerstag das video auf patreon ist es schon bloody court du bist ein ähm 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 schmerbe hallo miss aki hallo salty papa dieses jahr origin decks noch fertig ich 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 das ist der plan aber irgendwie haben wir schon april aber ja ich lege jetzt mal los wir können immer noch weiter quatschen wenn wir irgendwie rumlaufen aber lass mal anfangen ich habe hier wollen wir den kurz anschauen den spielstand aber da ist nichts gutes drauf ich glaube ich lösche ihn direkt oh wir brauchen keine wir können direkt auf neues spiel gehen ok komm wir löschen den das ist der speicherstand der halt davor drauf war gawina ne jeffrey wer von den beiden wer ist jeffrey und wer ist gawina gawina ist der ort oder wo man gerade steht kann das sein jeffrey jeffrey es tut mir leid danke für das spiel weg also so viel lese ich also ich lese jetzt nicht so viel dass ich jetzt das vorlese das ist doch wohl klar was unsere wie heißt sie esche die erste weibliche professorin soweit ich äh ja doch in gen 6 ist es wieder ein typ in gen 7 ist es auch ein in gen 8 ist es quasi ja da ist auf jeden fall eine frau in gen 9 beides wie lange streamst du heute ich weiß es nicht mindestens so bis 7 tomtom du bist ein blitzer und jetzt kommt der große moment der wichtig ist wir sind ein bubi mit dem ot nicht verklicken wollt ihr eigentlich den zweiten bildschirm sehen oh gott warte ich zeige euch den zweiten bildschirm okay du musst doch bx oben drücken um den spielstand zu löschen ach hier auch ich war ich war ich ach ihr habt so recht man gibt es gibt es eine kombi ja ihr habt so recht ich hatte mich so gefreut dass da neues spiel steht aber ich glaube in gen 4 war es schon so in gen 4 war es doch schon so dass man man kann zwar neues spiel auswählen aber dann sagt er du kannst nicht speichern was echt dumm ist ich weiß es steht da achtung und sowas aber es ist na gut ähm was b bx hoch select oder so hier b select hoch wird das ein video das wird das gen 5 origin jacks video ja in paar Monaten meiner Meinung nach ist gen 5 overhyped was soll ich dazu sagen ich spiel gen 5 quasi zum ersten mal stille hatte ich in platin 3 stunden gekostet der quatsch ach so ja weil mhm das wenn ihr es jetzt nicht gesagt hättet hätte ich auch ewig gespielt weil ich bin jemand der nicht oft speichert danke nico gibt es außerdem wuffels noch mehr solche fälle in gen 6 7 ich bin heute nochmal den pokédex durchgegangen aber mir fällt kein pokémon ein das so besonders ist dass das man dass man den online dienst von nintendo braucht ich meine wenn euch irgendwas einfällt sagt das sofort mir fällt nichts ein wofür man online braucht außer ihr wollt halt nicht beide editionen kaufen wenn ihr nur eine edition habt also zb pokémon x und ihr wollt y nicht kaufen dann werdet ihr nicht den origindex machen können in pokémon x weil ihr halt dann die y exklusiven nicht bekommt und dann müsst ihr die y exklusiven tauschen und das geht nur noch bis zum 8 april aber halt wenn man davon ausgeht dass man halt sachen kaufen kann zu jeder zeit dann oder vielleicht sogar modden kann dann wobei wenn wir von modden reden dann kann man sich das wuffels natürlich auch drauf modden aber wenn wir alles richtig machen wollen dann mir fällt nur wuffels ein beziehungsweise mir ist es noch nicht mal eingefallen das ist angel eingefallen hier vor einer woche also nochmal ist in wenigen minuten endlich frei adrian Spaß in der Freizeit. Machst du auch Schwarz 2? Ja. Wir müssen Schwarz-Weiß 2 machen wegen den Tiergeistformen. Die gibt es nur dort zu übertragen. Steht schon ein Termin für die Verteilung für die Eier? Ja. 1. April. Und das ist kein April-Scherz. Am 1. April im Stream werde ich Wuffels-Eier verschenken. Also wir werden sie zusammen brüten. Und dann verschicke ich sie. Und ihr müsst sie dann ausbrüten. Damit sie eure OT haben. Und wir machen das so lange, bis keiner mehr da ist, der ein Wuffels-Eier will. Und es ist Herbst, denn wir haben in Wirklichkeit März und das ist Frühling. Frühling, Sommer, Herbst, April ist dann Winter. So geht das hier anscheinend. Wie viele Monster-Inversion lockt? Hier? Nicht so viele. Ich glaube so Standard, wie immer. So 6 Stück oder so. Hallo, Schadi. So lesen oder was? Aber lokal geht tauschen immer. Klar. Street Pass wird auch noch gehen. Es geht wirklich nur um die Online-Server. Das heißt, so was wie Wundertausch würde wahrscheinlich nicht mehr gehen. Halt tauschen über das Internet wird nicht mehr gehen. Aber Bank, Mover, Home wird alles gehen immer noch nach dem 8. April. und ja, du kannst nebeneinander stehen und tauschen. Oder mit dir selber tauschen, mit 2DS. Das geht alles. Es hat gesagt, wir sollen Pokémon abholen, wo Bell nur wieder bleibt. Ah ja, das ist das, wo wir jetzt hier krass rumkämpfen und das ganze im Zimmer verwüsten. Und ist das nicht sogar auch das erste Mal in dem Spiel, dass wir mehrere Rivalen haben? Sie ist ja so die Sammlerin und er ist, glaube ich, so der Kämpfer. Hallo, Devran. Ja, zur Feier des Tages Gen 5 sind wir auch auf YouTube live. Bin schon wieder zu spät, entschuldige bitte. Also wirklich, Bell, dass du alles gerne etwas gemächtlicher angehst, ist für uns mittlerweile nichts Neues mehr. Aber warum gerade heute, wo wir doch unsere Pokémon bekommen sollen? Ich find's komisch, dass man die so in einem Geschenk kriegt, anstatt... Also ich find's komisch, dass die Professorin nicht da ist. Das erreicht es mir wirklich leid, ihr beiden. Wo sind die Pokémon nun? Esch hat sie hierher gebracht, Leo. Also steht dir auch das Recht zu, dir zuerst eins auszusuchen. Das ist logisch. Das ist nur gerecht. Ja, das ist logisch. In diesem Geschenkpaket warten die Pokémon schon auf uns. Na los, Leo, trau dich schon und schau nach, was drin ist. Ich kann's kaum noch erwarten. Ich find's komisch, dass die Professorin nicht dabei ist. Warum? Was wird nicht mehr funktionieren? Wie sieht es aus mit Kontakt-Safari? Und dem dritten Slot, der lässt sich doch nur freischalten, wenn beide Spiele online sind. Ich hab nie Kontakt-Safari gemacht, aber du weißt das besser. Ihr wisst das besser, wenn ihr das sagt, ja. Aber für den Origin-Decks ist jetzt Kontakt-Safari nicht wichtig. Aber ja, alles, was eine Online-Verbindung benötigt, wird nicht mehr gehen. Monumentaler Moment. Ihr wisst, was ich nehme. Den einzig guten Starter in Gen 5. Vom Aussehen her, ich weiß, von den Stats her weiß ich's nicht. Ich glaub, von den Stats her ist wahrscheinlich der Feuerstarter wieder der stärkste. Aber wir nehmen Serpifoy, denn Serpiroyal ist so ein gutes Mon. Und es ist ein Männchen. Stand es da schon? Serpifoy for the win, oder? Serpifoy, Serpifoy. Komm. Also ich nehme dieses Pokémon. Sharon, du bekommst das hier. Kann ich Spitznamen? Später. Ich glaub, es stand da stand da bei dem Ja. Ich glaub, bei dem Ja war so ein Männlichkeitszeichen. Wenn's weiblich ist, eigentlich, wenn's weiblich ist, bin ich sogar happy, weil ich find Serpiroyal ist ein weibliches Pokémon. Und dann spiel ich halt das Spiel mit nem weiblichen Serpifoy, Serpiroyal durch. Ja, definitiv die schönste Shiny-Form. Wobei Flambirex mit dem blauen Feuer ist natürlich auch cool. Aber dieses bläuliche Serpifoy... Hm. Gibt es weibliche Formen? Äh, hier in dem... Also, äh, extra fangen weibliche Formen? Ja. Wir haben die Apoqualyb-Reihe. Apoqualyb-Reihe und... Ähm... Ich glaub, das war's. Nee, das kann nicht sein. Also wir haben Formen, sind Sesokits-Formen, sind halt die... ...vier verschiedenen. Apoqualyb, rosa und blau. Dusselgur-Entwicklung, männlich-weiblich, korrekt. Aber das war's doch, oder? Gibt's sowas wie Hamachi für den 3DS, dann könnte man sich immer noch Server für Kontakt-Safaris und Tausch machen. Keine Ahnung, was das ist. Maskulin ist noch, äh, rote und blaue Form, korrekt. Aber das war's, oder? Nicht viele Formen. Die haben sich gedacht, Sesokits reicht. Hallo, Wolf. Hallo, Leo. Leo-Gig. Spielst du schnell durch, oder direkt mit Fangen? Wenn ich auf meinem Weg Gen-5-Pokémon sehe, fange ich die. Aber ich werde jetzt nicht extra anhalten, um Pokémon zu fangen. Ich will erstmal Spiel durchspielen, Spiel genießen. Normal, ich werde mir definitiv ein Gen-5-Team bauen. Ich will nur neue Pokémon, aber ich glaube, es gibt sowieso nur neue Pokémon. Und alle anderen kommen im Endgame. Das ist doch so besonders für Gen-5 gewesen, dass erst im Endgame die alten Pokémon dazukommen. Ich glaube, das Talent für Kämpfe. Ja, das muss ich dir zustimmen. Viel schlimmer wäre ich das Zimmer, ja. Außerdem wäre es nur fair. Ja, ja, ja. Hallo, Zura. Bis zur Liga gibt's noch Gen-5-Pokémon, ja. Das heißt, ich werde alles fangen, was ich noch nicht habe, solange es jetzt nicht ein großer Umweg ist. Wenn ihr natürlich sagt, ey, du kannst da einen Maxax fangen, jetzt schon, dann... Oder einen Trikephalo jetzt schon fangen, dann können wir den kleinen Umweg machen. So wie mit Knackrack in Gen-4. Aber... Ja. Ich konzentriere mich erstmal auf das Spiel genießen, cool durchspielen, cooles Team bauen. Wie sieht's hier aus eigentlich mit EP-Teiler? EP-Teiler ist erst in Gen-6, ne? Hier kriegen alle Pokémon noch einzeln. Oh Gott. Ich nehme an, dass du dir die Tiergeistform dann über das Traumrad holst, exakt. Da ich eh schwarz und weiß spielen muss, werde ich mir wahrscheinlich doppelt die Genies holen. Das heißt, die eine Hälfte könnte ich in anderen Spielen zu Tiergeistern machen. Aber da die Regel ist, fange das Pokémon da, wo es das erste Mal vorkam, und die Tiergeistform kam das erste Mal im Traumradar vor, mache ich Traumradar zusätzlich. Und das Problem, also das ist halt ein Problem, weil im Traumradar sind alle Pokémon im Traumball. Und ich will ja Pokéball. Aber ich finde es auch irgendwie cool, dass sie dann im Traumball sind, deswegen. Voltolos und Boreos sind aber exklusiv. Ach ja, stimmt. Okay, dann vielleicht doch nicht doppelt. Wie gesagt, ich will sowieso die Traumradar-Tiergeister. Kurzes Zimmer oben zerstört. Jetzt sollen wir zu Esche gehen. Hallo, Ferret. EP-Teiler ist Gen 6. OP-Teiler, ja. EP-Teiler ist Trage-Item. Ja, wenn ihr wisst, wo der EP-Teiler ist, und ihr seht, ich bin da gerade, dann holen wir uns den. Weil den brauche ich. Ich hoffe mal, der ist hier nicht so wie in Gen 1, dass man erstmal 70 Pokémon fangen muss. Stratos City müsste der sein. Okay. Laufen können wir wahrscheinlich erst danach. Man muss für den Origin-Deck sowieso Black & White spielen, weil man nur dort Voltolos, Boreos und Demeteros in der normalen Form fangen kann. Und im Pokéball, in Black & White 2, kann man die nicht mehr im Spiel fangen, außer durch Traumradar. Das kann sein. Das kann sein. Für mich war schon immer klar, dass ich Schwarz und Weiß spiele. Weil es das erste Spiel ist. Aber es kann gut sein, dass in Schwarz-Weiß 2 die Genies gar nicht rumfliegen. Ich wollte auch ins Labor, du hast mich nicht reingelassen. Könntest du kurz zu Bell nach Osser? So viel zu lesen. Ist das Bell? Funktioniert das Traumradar überhaupt nach dem 8.4. noch? Benötigst du nicht auch eine Online-Verbindung? Ich habe das schon gesehen. Auf einem Gen-5-Spiel gibt es halt, also auf Weiß 2 gibt es im Menü mit Traumradar verbinden. Und das sollte nicht online sein. Das sollte einfach nur über WFC oder wie das heißt sein, dass ich einfach die nicht mal das, ich glaube einfach, das geht über den Spielstand. Weil als ich das ausgewählt habe, stand dann da Traumradar-Spielstand nicht vorhanden. Das heißt, sobald ein Traumradar-Spielstand da ist, überträgt er das einfach. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie zwei Systeme nebeneinander habe. Das ist einfach der Spielstand. Ist im selben System, ja, ist das kein Problem. Die Musik, nochmal lauter. Ist das die Genie's Roma? Ja. Jedes Spiel hat Roma außer Gen 1. Hat der Gen 8 Roma? Genau genommen dann mit den Galar-Vögeln. Hat Gen 7 Roma? Hat Gen 7 Roma? Gen 9 hat dann wieder keine. Ich bin jetzt dabei, Zorro und Zorro-Arg zu fangen, die man nur durch die Event-Verteilung aus Gen 4 bekommt, meines Wissens. Weiß ich noch nicht. Wie ist das mit Zorro-Arg? Was, was, was? Sag mal das Geschlecht. Serbifolz-Männlich. Die UBs? Was, was sind UBs? Hallo Rex. Ich bin immer nur auf Twitch live. Deswegen hast du das nicht mitgekriegt, weil ich immer nur auf Twitch live bin. Aber jetzt zu Gen 5 bin ich auf YouTube auch live. Man braucht die Shiny Hunde. Ultra-Bestien, Ultra-Bestien will ich nicht als Roma zählen, oder? Braucht sein Celebi. Ja, das hat immer jemand gesagt. Genau, ich brauche ein Celebi, damit Zorro-Arg erscheint. Zorro-Arg mit Event-Celebi und Zorro-Arg mit dem Shiny-Event-Karten. Und reden wir hier nur von Schwarz-Weiß? Oder gibt es auch Schwarz-Weiß 2? Auch kein Zorro-Arg. Und es sind Katzen. Es sind keine Hunde. In 2 kann man es so bekommen. Okay. Dann wisst ihr, dann wissen wir ja, was wir machen. Die schwere Variante. Krieg ich jetzt die Turbo-Träte? Wo kriegst du aber die ganzen Spiele her? Ebay? Letztes war ich in Berlin und da bin ich in den Retro-Laden gegangen. Da habe ich dieses Schwarz hier gekauft. Für nur 80 Euro. Natürlich, es lässt sich alles übertragen, Mucho. Du meinst das, was ich auch in meinem Gen 1 Video gemacht habe? Dass ich zum Beispiel, du findest ein Schanera, das quasi da, wo du das letzte Mal warst, die Pokémon erscheinen, auf der Zinoba-Insel. Hallo, Azrael. Ich habe noch keine Turbo-Träte. Krieg ich, krieg ich Turbo-Träte? Ich will schnell bewegen. Okay. Schur kaum noch. Schur kaum noch. 80, da wurde jemand abgezogen. Okay, dann zeig mir, wo du Schwarz-Weiß günstiger kriegst. Mit Hülle und Anleitung und allem. Wir beginnen das richtige Abenteuer. Ich transferiere die Starter erst am Ende. Wir spielen das Spiel erst mal durch. Er meint Aliexpress. Ne, was willst du machen, meint nicht Aliexpress. Auf Ebay zuhauf? Okay. Ranger ist zu kompliziert. Was ist an Ranger kompliziert? Was meinst du? Es geht eigentlich echt klar mit Ranger. Du musst nur einen Screenshot machen. Oder aus Google einen Screenshot suchen und dann einfach schicken und sagen, ist das so? Willst du dann auch in Arceus Hisui, Zoroa und Zoroark? Ja, wenn wir in Gen 8 sind. Ist ja Gen 8. Hisui, Zoroa ist ein Gen 8 Pokémon. Ich habe eine Capture Card in meinem DS verbaut. Ja, anscheinend kriegt man in Schwarz-Weiß 2 Zoroa gratis geschenkt, aber wenn man in Schwarz-Weiß auch ein Zoroa haben kann, dann muss ich mir das holen. Du hast dein Shiny Yorclef gefangen in Weiß? Wie? Wo? Wann? Was krasses Glück gehabt. Habe ich einen Prime verpasst? Dieser Tom. Dieser Tom, danke schön für deinen Prime. Stimmt, Dave, du hast ja dieses geile... Habe ich schon Pokéballe gekriegt? Du hast ja dieses geile Frigometri gefunden. Das war krass. Das zweite Yorclef bei dir war schon ein Shiny Yorclef. Krass. Nicht schlecht. Ranji, dankeschön für deinen Prime. Ranji, hallo. So, unser erstes Nagelotz. Aber ich weiß nicht, ob ich Nagelotz unbedingt im Team brauche. Guck mal, da ist schon crazy. Aber ist Nagelotz so das Bidisa? So das Bidisa? Also kann ich das benutzen, um alle VMs zu lernen? Was ist denn in Gen 5 der VM-Sklave? Seit wann streamst du auf YouTube? Seit heute, seitdem wir Gen 5 anfangen. Nagelotz. Wie hast du das denn bisher mit den eventbezogenen Pokés gemacht? Wie meinst du? Weißt du doch. Wer kämpft hier? Niemand. Wie habe ich das mit den eventbezogenen Pokés gemacht? Ich habe Glitches gemacht, um die Events zu bekommen. Man braucht keine VMs in Schwarz-Weiß. Ernsthaft? Was? Was ist mit Surfen? Was ist mit Stärke? Hat es hier schon angefangen, dass die VMs langsam immer unwichtiger wurden? Wie? Man braucht keine VMs. Man braucht einmal Zerschneider. Ah. Und die Musik ändert dann. So, da ist das zweite Nagelotz. In Gen 5 waren VMs fast alle optional, aber ich meine, der Wasseraffe war gut dafür. Okay. Krass. Okay, ich glaube, Zerschneider werde ich noch irgendjemandem beibringen können. Wir brauchen keinen VM. Wo verteilst du die Wurfels-Eier in welchem Spiel? Na logischerweise in dem Spiel, wo sie herkommen. Also in Ultrasonne und Ultramond. Woanders gibt es das nicht, das Pokémon. Also du brauchst Ultrasonne oder Ultramond. Weibliches Yorklef. Auf Wiedersehen. Ich glaube, die erste Stadt ist nicht so weit weg, oder? Ich kann da, ich komme da noch locker hin. Wenn die nicht schon wieder da wären. In der Siegestraße brauchst du meines Wissens Stärke. Okay. Achso, habe die nicht. Dann wirst du eh nichts machen können, wenn du das Spiel nicht hast. Dann brauchst du das Pokémon auch nicht. Was will die kämpfen? Wollen wir vergleichen? Wer von uns mehr Pokémon bei sich? Achso. Es sei da aber auch die erste Gen, wo man nicht alle fangen kann aus dem Originalspiel. Genesect lässt sich ja bis heute nicht fangen. Keldeo und Miloetta immerhin. Wenn man Glitches berücksichtigt, dann ist Gen 5 das erste, wo man nicht alle fangen kann. Genau genommen kann man Arceus ja auch nicht fangen. In Gen 4. Hey, ist das schön. Wir vier zusammen. Die Crew. The Americans. Wie viel Uhr geht die Wurfelsverteilung dann los? 16 Uhr? Ja. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Was ist jetzt eigentlich mit versteckten Fähigkeiten? Bis jetzt, ja. Soweit ich das mir angeschaut habe, sollte es nicht so schlimm sein. Weil versteckte Fähigkeiten in dem Spiel existieren an einem bestimmten Ort. Das heißt, ich kann eh nur die Pokémon mit versteckter Fähigkeit fangen, die an diesem Ort vorkommen. Das heißt, wenn wir durch sind, gehe ich einfach an diesen Ort und fange dort alle Gen 5 Pokémon, die es dort gibt. Und die haben automatisch alle versteckte Fähigkeiten. Aber irgendjemand von euch hat bestimmt einen Einwand, dass das so nicht funktioniert. Ich habe das Gefühl, du wirst ein Genie-Pokémon finden in diesem Spiel. Dein Wort in Arceus Ohren. Eigentlich kann man Mew in Gen 1 auch nicht fangen. Genau, wenn man den Glitch auch weglässt, dann geht es in Gen 1 schon nicht. Ich muss auf ein Reset warten. Einmal pro Tag und Pokémon Spawn ist nicht garantiert. Ach, die Spawns ändern sich die ganze Zeit an dem Tag. Oh. Wir haben Zeit. Jetzt werden auch Geschlechterunterschiede entspannter. Ja, hier gibt es kaum Geschlechterunterschiede. Hier sind es einfach nur sauviele Pokémon. 170 verschiedene Pokémon. So, Pokébälle. Nur Pokébälle. Gib mir all deine Pokébälle, die du hast. Was ist Jorclef? Also wir können zurückgehen und uns Jorclef jetzt fangen, aber Jorclef ist auch nicht der Banger. Was ist Jorclef denn schon? Brauchen wir Jor... Also brauche ich Jorclef für den Spieldurchgang? Ja, Pokémon so wie Bank bleibt ja intakt, oder? Ja. Ja. Leo, schnell, komm schnell her, die Fanatiker. Der Kreuzzug. Hört mich an, mein Name lautet G-Cis. G und Cis, wie die Tonfolge. G und C. Also G-Cis? Ach, Cis! G-Cis. Soll ich den wirklich G-Cis nennen? G-Cis. Aber nach G kommt eigentlich A. A, B, C, D, E, F, G... Äh. C, D, E, F, G... A, H, C. Religion geht los. Peter? Hm. Jesus? Jesus. Ich glaube, das ist doch der Witz, oder? Dass er Jesus heißt. Ich nenne ihn Jesus. Jesus, wie die Tonfolge. Ich spreche für Team Plasma. Ich bringe euch die frohe Botschaft von der Befreiung der Pokémon. Was? Wie bitte? Frohe Botschaft? Seit Anbeginn der Zeit leben wir Menschen in Eintracht. Seite an Seite, mit den Pokémon ganz im Sinne eines aufrichtigen Gebens und Nehmens. Zumindest halten die meisten dies für die Wahrheit. Aber ich sage euch, diese Leute irren. Sie bauen Lügenbilder um der Wirklichkeit nicht ihrer Fin... Ir... Deswegen lese ich nicht vor. Deswegen lese ich nicht vor. Nicht in ihr finsteres Antlitz blicken zu müssen. Habt ihr eure vermeintlichen Geweiße... Jesus? Nein, ich meine nicht den Jesus. Der andere Jesus. Habt ihr eure vermeintlichen Gewissheiten denn niemals hinterfragt? Nie einer ernsthaften Prüfung unterzogen? Botshaftigkeit schlechthin verkörpern jene sogenannten Trainer, welche die Pokémon in entwürdigender Knechtschaft halten. So sie wie ihre... Keiner redet so! Halt die Klappe! Oh mein Gott! Insta sagt nö. Jeder schickt mich auf Insta Sachen. Du kannst mir auch auf Insta Sachen schicken. Steht eng in der Menge? Ah, tatsächlich. Sollte eigentlich auffallen, was der Einzige mit einer besonderen Haarfarbe. Die Jesus-Ton-Folge ist auch Teil eines Battle Themes. Junge Mann, Befragung der Pokémon, was für ein Unsinn. Du hast Arceus besiegt in PLA. Hiki. Dein Pokémon-Team hat eben zu mir gesprochen. Ich würde schon weggehen. Ich würde schon einfach weggehen. Meine Güte, sprichst du schnell. Da wird mir ja ganz schwindelig. N spricht schnell? Okay. Aber war das eben dein Ernst? Pokémon können doch gar nicht sprechen. Was redest du da für ein wirres Zeug? Doch, sie sprechen zu mir. Aber wie ich sehe, gehörtst du, die die Stimme nicht hören können. Vielleicht redet er wie Excusi. Ihr tut mir wirklich leid. Mein Name ist übrigens N. Ich bin Sharon und das hier ist Leo. Wir sind hier unterwegs, da wir mit der wichtigen Aufgabe betraut wurden, den Pokédex zu vervollständigen. Doch mein eigentliches Hauptziel ist es, Champ zu werden. Dein Pokédex, sagst du? Dafür müsst ihr aber eine Menge Pokémon und auch in Pokéballen anfangen. Ich bin zwar auch ein Trainer wie er, aber wir kommen stets ernst mit Zweifel, ob wir Pokémon wirklich mit alledem einverstanden sind. Oder warst du auch gleich? Ach ja, Leo stimmt's. Lass dich mal hören, was dein Team zu allem sagen hat. Was ist GZ? Glückwunsch. Sag mal, glaube, mein Twitch ist kaputt. Das habe ich und auch bei dir funzt der Alert nicht. Du musst auf Teilen drücken. Das liegt nicht an Twitch, das liegt an dir. Nee, du musst auf Teilen drücken. Das ist überall so. Starte den Stream neu und dann drückst du auf Teilen. Anis of Cracker. Der ist, äh... Der ist der Natur so nahe, den Pokémon so nahe. Der ist immer high. Also ich mag den Battle-Bildschirm. Ich mag die Sprites von den Pokémon. Das waren die ersten Pokémon, die sich ständig bewegen, glaube ich, oder? In Platin haben sie sich bewegt, wenn sie in den Kampf eingeworfen werden. Und ich glaube auch nur in Platin. Oder, nee. Egal. Auf jeden Fall, hier bewegen sie sich das erste Mal die ganze Zeit. Und Kristall auch. Die ganze Zeit aber bewegen. Die bewegen sich die ganze Zeit. Du findest Arceus schwerer als Ganon in Breath of the Wild? Ganon ist so viel schwerer. Meguminar, du bist ein... Formeo. Das klappt ja super, wie wir hier N besiegen. Hallo, ADN. Wieso bin ich in Twitch gesperrt in deinen Streams? Ich weiß nicht, wer du bist. Deswegen weiß ich nicht, warum du gesperrt bist. Aber das wird sich wahrscheinlich gleich zeigen, warum. Mit Gen 5 habe ich auch wieder Pokémon angefangen. Solange jedoch die Pokémon in winzigen Pokéballen eingepfercht werden, ist ihr Dasein doch nur unvollständig. Zum Wohl meiner Freunde, der Pokémon, muss ich unsere Welt von Grund auf verändern. Jetzt hat mein Serpifolk ein EP gekriegt. Karamine, vielen, vielen Dank für 5 Subs. Hier ist dein Zettel. Karamine, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Für den Origin-Decks. Seit wann streame ich auf YouTube? Seit heute. Wir streamen aber auf Twitch und YouTube gleichzeitig. Sollen wir zurückgehen und Yorclef fangen? Drei männliche Yorclef. Soviel dazu, ich geh nicht zurück. Um extra Pokémon zu fangen. Gen 5 ist leider underrated. Eigentlich schade, ich mag Gen 5. Gen 5 ist nicht mehr underrated. Alle lieben Gen 5. Gen 5 ist aber von den Verkaufszahlen her das schlecht verkaufteste Pokémon-Spiel von den Verkaufszahlen her. Deswegen kann man sagen, es ist underrated, ja. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Gen 5 vielleicht nie ein Remake bekommt. Weil Game Freak denkt, das bringt vielleicht nichts. Aber ich glaube schon, dass irgendwann eins kommt. Gen 5 kam auch am Tiefpunkt von Pokémon raus. Gen 5 wurde bei Release gehatet, aber es ist gut gealtet und inzwischen beliebt. Aber warum wurde es damals gehatet? Was hat es denn getan? Deswegen mir auch mit dem Origin Dex angefangen. Du bist jetzt in Gen 2. Nice. Hello, Red Butters. Grafik waren viele extrem schlecht. Ich finde die Grafik in Gen 6 und 7 so viel schlechter. Kennst du Pal World? Nee, was ist das? Mülltüte als Pokémon? Das finde ich immer ganz schwach, wenn Leute das Argument bringen, dass Gen 5 diese Gegenstandspokémon hat. Jede Gen hat Gegenstandspokémon. Voltoball, Magnetilo, Horygon. Mein, das ist ja, kläfig Trottel. Der Regionaldex wurde mit Gen 5 entfernt? Wie? Wie, der ist entfernt? Der kann ja nicht entfernt sein, wenn ich den gerade habe. Meinst du den Nationaldex? Es würde nicht gut geißen, dass es nur neue Pokémon gab. Also bisher habt ihr nur Sachen aufgezählt, die ich extra gut finde. Das ist doch großartig, dass es nur neue Pokémon gab. National meinst du? Okay. Aber selbst National stimmt ja nicht, weil sobald du das Spiel durchspielst, kannst du alle Pokémon fangen, die es jemals gab. Also es stimmt ja noch nicht mal, oder? Oder kann man gar nicht alle Pokémon fangen in dem Spiel? Ich schaue auf dem Fernseher und auf dem Handy. Ich glaube auch, dass viele ihre Meinung zu Gen 5 geändert haben, weil mittlerweile viel schlechtere Games draußen sind. Ich glaube, viele haben sich vielleicht erst recht das Spiel nicht gekauft, weil ihnen einfach die Pokémon vielleicht nicht gefallen haben. Und die Grafik. Und dann verkaufen sich die Leute halt das nicht. Und dann sagt man, oh, keiner mag Gen 5. Danu, du bist ein Metagross. Viel Orden hast du schon? Chill. Ich bin im ersten Gras. Ich bin in der ersten Grasfläche. Hallo Marvin. Nimmst du einen Affen mit ins Team? Ja, wenn wir einen Affen finden. Kommt drauf an, welchen Typen wir brauchen. Der Marginx musste auch Sesokits in Chrono Wild in allen vier Formen fangen. Ja, aber das ist ja das Einfachste von allem. Toxipad. Du magst Toxipad? Boah, ich finde Toxipad widerlich. Aber ja, das stimmt. Die Pokémon-Designs haben sehr polarisiert. Entweder man mochte sie oder nicht. Aber deswegen mag ich Gen 5. Das waren alles sehr... Keine Ahnung, dreckige Pokémon einfach. Sehr, sehr realistische Pokémon. Sehr... Ich weiß nicht, so... Die Gen 5 Pokémon haben hier so einen eigenen Look einfach. Die sind so... Viele sind ultra böse, haben bösen Look drauf. Sind einfach dreckig, hart. Mirika. Man kriegt ein Wasseraffen-Geschenk mit dem Pflanzenstarter. Okay. Aber wir können ja nicht das Spiel mit drei Affen durchspielen. Das geht nicht, oder? Das wollen wir nicht. Ich kriege Wasseraffen. Okay. Serapendra ist nice. Oh ne, ich finde Serapendra so hässlich. Rollum ist nice. Aber nur wegen dem Fakt, dass Rollum hat 360 Base-Stats. Weil es ein Kreis ist. Das ist cool. Zekrom sieht krass aus, ja. Rechirram sieht aber auch cool aus. Ramoth ist mega. Aber ich glaube, Igelava kriegt man... Dauert ein bisschen, bis man es kriegt, oder? Ist das männlich? Ey, es kommen nur weibliche Yorkleaf. Und das war die letzte schwierige Genic-Generation. Ja. Ich meine, ich habe das Spiel durchgespielt, ohne XP zu verdienen. Was echt cool ist, kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr eine Challenge wollt, spielt die Pokémon-Gens durch, ohne EP zu verdienen. Super cool. Und Gen 5 habe ich mir sehr schwer vorgestellt. Und es war auch sehr schwer. Ich habe schon sehr viel vergessen. Brauchen wir Eneko? Ja. Gibt es hier sowas? Gibt es hier Schambolzen? Gibt es hier... Gibt es hier... Gibt es hier... So dreckig, wie die Mons hier sind, gibt es keins mit Schambolzen. Pico-Chiller. Wie schnell kommen wir an einen Pico-Chiller? Pico-Chiller ist auf Route 5. Route 5 hört sich früher an. Okay, auf Route 5 können wir also ein weibliches Pico-Chiller fangen mit... Mit Schambolzen. Das holen wir uns. Wir gehen taktisch vor diesmal. Wir versuchen uns auch ein gutes Fang-Pokémon zu machen. Was könnte hier ein gutes Fang-Pokémon sein? Was ist ein gutes Gen 5 Fang-Pokémon? Irgendeins, das Hypnose und Trugschlag kann. Und wir brauchen dann noch eins mit Horrorblick. So, noch ein Yorklef. Fängst du, wenn möglich, nur männliche? Ja. Nur Männchen. Und alles, was besonders ist, halt dann die weibliche Form dazu. Hallo denn, Bäm-Bäm. Was ist das letzte Yorklef? Guck mal da. Guck mal da als Fang-Pokémon, echt? Makabaya kann Horrorblick. Oh, das ist gut. Okay. Makabaya. Grasflöte, Matrifol vielleicht? Oh, was ist denn Grasflöte? Kenn ich gar nicht. Was macht Grasflöte? Ist das eine Schlafattacke? Und Picochilla ist 75% weiblich. Okay, gut. Damit können wir dann männliches sogar noch leichter kriegen. Horrorblick und Superzahn bei Guck mal da. Uh. Das klingt nicht schlecht. Das klingt nicht schlecht für die Genies. Wenn es, wenn jetzt, guck mal da, noch irgendwas Donnerwelle oder so lernen könnte. Grasflöte ist eine Schlafattacke. Da ist das Smirgel. Guck mal da. Das Smirgel aus Gen 5. Echt? Guck mal da kann ich... Okay, mit den Augen muss es Hypnose können, ja. Okay, dann wird wohl eins unserer Guck mal das in unserem Team bleiben. Nagelotts Level 6. Gehen wir mal weiter. Ich hätte gerne Zoboträte. Meint jemand keine Legenden ZA aus Illumonic City heraus? Ich hoffe es. Ich will nicht nur die ganze Zeit in der Stadt sein. Das wäre komisch. Dann fühlt es sich nicht nach einem Pokémon-Spiel an, wenn man nur in der Stadt die ganze Zeit ist. Du hast nicht von Flöte gesprochen? Grasflöte. Grastüte ist eine Schlafattacke. Achso. Welche Spiele gehören zur fünften Gen? Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß 2. Traumradar. Ja. Braucht man einen zweiten Nintendo DS, um die Pokémon zu übertragen auf Home? Nein. Jetzt Turboträte. Ey. Ey. Ich meine, es kann sein, dass Illumina City so riesig ist, dass es halt da Parks gibt mit Pokémon oder sowas. Aber ich... Also auf der Website steht halt, dass... Das Spiel komplett in Illumina City spielt. Aber irgendwie... Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Außer es ist so ein... So ein Spiel, dass halt... Ich sitze auf Level 7. Außer es ist halt ein Spiel, wo es nicht um Pokémon-Fangen geht. Sondern es geht halt wirklich nur darum, die Stadt aufzubauen. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn es um Pokémon-Fangen geht, dann müssen wir raus können. Lass uns überraschen. Hast du das Graffiti hinter dir selbst gemacht? Nein. Das ist eine riesige Flagge von einem Album-Cover einer meiner Lieblingsbands. Warum zerstört mich Nagelotz? Ja, aber muss man sie nicht auf Schwarz 2 rübertauschen für Bank? Nein. Musste nicht. Zumindest muss es um Kämpfe gehen, weil die haben ja das Mega-Symbol mit reingebracht. Ja. Eben, vielleicht wird es ein reines Kampf spielen. Wie soll man sich dann Pokémon holen, wenigstens zum Kämpfen? Indem man sie so wie in Kolosseum bekommt zum Beispiel. Indem man sie geschenkt kriegt, indem man sie kauft, indem man sie anbefreundet. Und viele Möglichkeiten, oder? Klauen. Mit der Klaumaschine. Ich werde zerstört von diesem Nagelotzen hier. Xerneas und Evil-Teil passen doch nicht wirklich ins Setting der Stadt, oder? Stimmt, Xerneas ist eigentlich... Ist Xerneas in diesem riesigen Baum? M-X drin? Es läuft nicht sehr gut. Aber warum heißt es dann Legends? Warum? Was hat der Name mit Pokémon-Fangen zu tun? Krypto-Pokémon-Kern-Zurück. Das wäre halt echt cool. Aber Krypto-Pokémon waren in Amerika. Du warst 5, als du das erste Mal Pokémon Schwarz gespielt hast. Und du hast deinen Shiny-Nagellotz gekillt, weil ich dachte, es wäre krank. So gehst du also mit kranken Pokémon um. Oh mein Gott! Steinigt ihn erst. Zauberer. Hallo Krokel. Ich glaube, wir werden aus Illumina City raus können. Das Spiel spielt ja trotzdem in Illumina City aus. Heißt ja nicht, dass man nicht raus kann. So, mal kurz abkreuzen, einfach zur Befriedigung. Wir haben ein Serpifoy. Wir haben Magelotz und guck mal da. Und wir haben 3 Yorclef. Wow, wir sind fast fertig. Nur noch... ...154. Gen's Nation. Gen's Nation. Dankeschön für deinen allerersten Sub. Gen's. Vielen Dank, Gen. Gen 5 ist... Was sagt ihr? Wird Gen 5 schwer? Werde ich mit Gen 5 Probleme haben? Ich meine, ich habe jetzt schon Probleme, um ein Serpifoy am Leben zu halten. Die schweren Brocken sind geschafft. Jetzt wird es einfacher. Moment mal, ein Fehlilu! Entfangen wir! Worum geht es? Ein Pokémon. Supereffektiv gibt es jetzt als App. Echt, ist das eine eigene App jetzt? Ich benutze es ein Jahr auf dem Handy. Aber nice, gut zu wissen. Hallo, Brian. Wegen dir mache ich jetzt auch einen Living Form Decks. Living Form Origin Decks. Nice. Wie weit bist du? Ich glaube, es wird ähnlich wie Legends Arceus. Ich hoffe. Lauro ist nicht ohne. Muss ich Angst vor Lauro haben. Lady, danke schön für deinen Prime. Lady, danke schön für deinen Prime. Mit dem Maulwurf geht es ganz gut an einem Tag. Ist aber trotzdem schwer. Du willst Gen 5 an einem Tag durchspielen? Komm mal. Aber ja, stimmt. Rotomurf würde ich, glaube ich, ins Team holen. Rotomurf ist geil. Okay. Okay. Damit guckt man da mit neutralem Wesen ohne EVs garantiert schneller als Borreos Wotelos ist. Muss es Level 73 sein. Was ist mit diesem Maulwurf voll? Jen, danke schön für... Was soll ich sagen? Bist eine Bereicherung für YouTube und Twitch. Drie mag weiter so. Harte. 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 Jen, vielen Dank für 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Das ist nicht nötig. Dankeschön. Sehr nette Worte. Ich brauche in Gen 3 nur noch Chiraji. Ah, nur noch Chiraji. Kurz Channel kaufen. Hallo, Cara. Einfach Jens? Oh, ich dachte, das ist ein Genitiv. Jens Nation. Deswegen dachte ich Jen. Jens. I'm sorry, Jens. Vielen, vielen Dank dir. Hallo, Itaco. Lady, du bist ein Kramchef. Und Top. Du bist ein Kleinstein. Jetzt fängt der Origin Dex für Gen 5 an. Das ist der Origin Dex Gen 5. Wir sind mittendrin. Wir haben gerade erst angefangen. Ich bin nur am Verrecken. Olopoto, du bist ein Porrenta. Ich spiele seit 3 Jahren Pokémon und habe erst einen Shiny. Das ist krass, dass du überhaupt einen Shiny hast. Weißt du, wie selten Shinies sind? Gen 6 in 24 Stunden, sonst 4 Stunden Mario Kart Online. Nein. Niemals über meine Leiche. Nur über meine Leiche. So. Daybreaker, du bist ein riesiger Dino. Ein Gen 5 Dino. Auch eines der geilsten Gen 5 Monks. Man bekommt über den DNS Glitch ins Verbiegel mit Trugschlag, Pilzspore und Schnüffler. Dein Ernst? Aber ich will den DNS Glitch nicht benutzen, um Vorteile im Spiel zu haben. Ich werde jetzt auch nicht mit Victini das Spiel durchspielen oder sowas. Oh, Alter, ich bin einen Schritt gegangen. Aber krass. Man kriegt ein perfektes Fangmon geschenkt. Nicht schlecht. Wo ist dein Trugschlag, Mon? Ich spiele seit 5 Minuten. Für das Borreo-Sun ist das auch gut. Ist Verbiegel schneller als die Roma? Grasflöte hat nur 55% Genauigkeit. Uff. Und Folikon erlernt Grasflöte nur über Herzschuppe. Uff. Mit Matrifoll und Trugschlag hatte ich meine Pokémon dort gefangen. Guck mal, da ist besser. Ich meine, vielleicht können wir mit Carbon und so Zeug das Guck mal da so schnell machen, dass er gegen die Genies ankommt. Level 75 wäre hart. Das ist ein weiter Weg. Wobei am Ende haben wir wahrscheinlich gute Methoden, um zu leveln. Ich habe mal einen neuen Gen 3 Spielstand angefangen. Und der allererste Encounter war Shiny Vumpel. Hatte aber keine Bälle, um es zu fangen und musste es besiegen. Da kannst du super mit der Geschichte, kannst du super mitmachen bei der Non-Catchable Shiny Week. Äh, Shiny Hunter. Nee, Shiny Collector. Veranstaltet eine Shiny Woche, in der man nur Shinies sucht, die nicht fangbar sind. Wie zum Beispiel in den Starter Kämpfen. Oder halt die, die, die Pokéball Tutorial Kämpfe und sowas. Oder sowas wie in deinem Fall, dass man keine Pokébälle dabei hat. Welche Roma hat Gen 5 denn? Die drei Genies. Flethiamo kann auch Super-Zahn-Hypnose. Der müsste schneller sein. Flethiamo. Aber wir brauchen Horrorblick. Kann Flethiamo Horrorblick? Also könnte gut sein, dass der Horrorblick kann. Ach, Demeteros ist stationär. Okay. Die Helden sind auch Roma. Sind sie Roma? Sind die Roma auch... Sind die Ritter der Redlichkeit auch Roma? Nein? Nee? Dachte ich? Anscheinend nicht. Ottero. Tiergeister wäre eine andere Gen. Nee. Gen 5. Du bist wirklich stark. So wie sie mal. Orion City. Ist das Professor Eich? Du möchtest zu einem Arenaleiter? Hier wirst du leider nicht finden. Ich versuche dein Glück noch einmal in der Trainerschule. Okay, sind das die Arenen hier? So sehen die aus. So krasse Kirchen einfach. Super-Zahn bei Flethiamo ist aber eine Zuchtattacke. Also wenn es kein Horrorblick kann, brauchen wir über Flethiamo gar nicht nachdenken. Auch wenn Flethiamo... Flethiamo ist nicht mein Liebling, aber ich finde es ist respektabel. Und habt ihr mal... Ähm... Wie heißt die Vorentwicklung von Flethiamo? Ähm... Ähm... Äh... In Snap... In Snap sieht man so geil, wie die schlafen. Die schlafen an der Wand und hinterlassen einen Herzabdruck an der Wand, weil sie sich an der Wand mit ihrem Herzrüssel festsaugen. Ist das nicht cute? Das kann man doch nur respektieren. Guck mal, da kein Horrorblick. Das wissen wir, ja, ja. Ist nur die Frage, ob es noch was besseres gibt, als Guck mal da, was schneller ist. Weil Guck mal, da ist nicht schnell. Jetzt muss ich gegen ihn antreten. Boah. Weißt du auswendig, wie weit man spielen muss, damit man die Pokémon von Platin über Schwarz-Weiß hochtauschen kann? Also du musst Schwarz-Weiß durchgespielt haben. Damit du das zu dem Transferzentrum kannst. Ähm... Aber Platin an sich... Hier mache ich doch mal gleich super Werbung für mein Video. Pass auf, ich kann es dir exakt sagen. Mindestens sechs Pokémon in der Box. Nee, du musst Platin nicht durchgespielt haben. Du musst sechs Pokémon gefangen haben, weil du nur sechs Pokémon übertragen kannst. Sechs Pokémon musst du in der Box haben. Und dann kannst du dich über Download Play im Menü von deinem DS verbinden mit dem Porter Labor in Gen 5. Aber Gen 5 musst du komplett durchgespielt haben, nationaler Decks und alles. Dann kannst du die Pokémon von Platin auf Schwarz-Weiß übertragen. Und das alles erkläre ich in meinem wundervollen Video. Über alle Transfermöglichkeiten von Gen 1 bis 7. Echna-Toll ist langsamer. Echt? Ein Echna-Toll kann wahrscheinlich auch keinen Trugschlag. War Gen 5 nicht da, wo sie angefangen haben, die TMs unendlich nutzbar zu machen? Das werden wir gleich sehen, ich weiß es nicht. Guck mal, da kann auch Donnerwelle Hypnose und hat die Fähigkeit Erleuchtung. Was ist Erleuchtung? Also wir bleiben bei Nagelotz und Das ist ja die Frage, wir sollten Nagelotz so trainieren, dass es auf Init geht. Das heißt, ich sollte damit nur Mons besiegen, die Init geben. Wie zum Beispiel Floink. Lieblingsstarter ist Serpifoy. Dass mehr Pokémon im Gras auftauchen. Oh, Guck mal, da ist ja voll das Fangmon. Noch eins. Fililu. Komm, wir achten jetzt nicht groß auf IVs, oder? Wir ballern dann die IVs von Nagelotz, von Guck mal da, Init maximal hoch und dann wird es schon schnell genug sein. Voltula mit Spinnennetz und Donnerwelle geht auch. Ist Spinnennetz sowas wie Horrorblick? Das wäre dann eine Idee, aber dann müsste es noch irgendwie, ach so Donnerwelle, ja. Otero benutzt die Muschel sogar als Kissen, wenn sie schläft. Seit wann streamst du auch über YouTube? Seit heute, seit wir in Gen 5 angefangen haben. Aber ich stream gleichzeitig. Warum ist bist du so schlecht? Fililu ist doch nur normal. Was ist hier los? Warum ist das nicht... Hä, ist Fililu nicht normal? Ist Fililu Unlicht? Unlicht ist schlecht gegen Unlicht? Tackle. Fililu ist für mich ein Normal-Pokémon. Ich hänge gerade in Gen 3 fest. Ich brauche noch Jiraji und die Lunar-Steine und Sengu. Kann mich nur nicht durchbringen, Rubin und Saphir weiterzuspielen. Irgendwann hast du Zeit dafür. Hey, Volltreffer. Domi, du bist ein... Myriador. So heißt es doch, oder? Myriador. Geduld. Jetzt reicht es aber mit den Rivalen kämpfen. Overkill. Der bessere Name. Ich glaube auf Deutsch Myriador. Sharon oder Belle? Keine Ahnung. Beide nervig. Beide unnötig. Shiraji fehlt mir noch in Gen 3, aber Poo Channel kaufen und das Scheißspiel für dieses ein Pokémon ist so unnötig. Genauso wie Manafie. Channel hast du auf jeden Fall schnell durchgespielt. Vor allem wenn du in der Lösung folgst. Kannst du sehr schnell durchspielen. Maximal zwei Stunden, wenn nicht sogar in einer Stunde mit Lösungen vielleicht sogar. Problem ist eher, dass du halt eine Gamecube und das Spiel brauchst. Wird nur Schwarz-Weiß gespielt oder auch Schwarz-Weiß 2? Wir müssen auch Schwarz-Weiß 2 spielen. Erstens habe ich sie noch nie gespielt und ich will die Story spielen und ich will Shiny Genesekt. Was dort halt im Wundertausch geht. Oh, äh, im Geheimgeschehen. Und die Tiergeister gehen auch nur in Schwarz-Weiß 2. Was ist das denn für eine Arena? Mein Name ist Guido. Hallo Guido. 50 Euro für zwei Spielstunden. Manchmal muss man Opfer bringen. Für den perfekten Pokédex. Was? Was geschieht? Achso, ich soll. Okay. Die Schwäche sagen. Okay. Eigentlich hätte er jetzt als Strafe in Trainer kommen sollen. Oder ist der jetzt als Strafe hier? Hallo Sabri. Schön 5 hat auch wieder Wochentags-Pokémon, wie zum Beispiel Freitags in der Traumbrache. Habe ich gehört. Irgendwas erscheint auch nur Freitags. Welches Pokémon war das? Ah, ähm, Wascherquill, oder? Ist nicht Wascherquill auch so eins, was nur Freitags erscheint oder so? Ich bin ja unterlevelt. Okay, ich glaube wir müssen rausgehen. Und noch ein bisschen Serpify leveln. Shiny Genesic kann man meines Wissens nur in der japanischen Version fangen. Exakt. Korrekt. Ja, das fand ich eine Verschwendung. In dieser Edition hier wurden die Arena zu einem Typen-Tutorial. Äh. Nein! Ich krieg mein Serpify nicht aufgelabelt. So oft gestorben. Ja, Nagelutz. Krieg die ganzen EP. Geh rechts aus dem Ort raus. Ja, machen wir gleich. Besieg den noch. Und dann leveln wir Serpify. Wascherquill oder Griffeldes. Genau. Tennis übrigens. Ich hab deinen Sub nicht bedankt vorhin. Vielen Dank. Dankeschön. Babababam. So, wenn ich Instant-Rechte habe, kommt dann trotzdem Trainer. Ja, da rechts. Okay. Wir gehen ein bisschen trainieren. Braucht man dafür auch den Game Boy Adapter? Bei was? Luffa, du bist ein Seemob Seeyong, oder? Seeyong. Seegong. Yougong. Seeyong. Seeyong. Gibt's hier wenigstens neue Mons? Bye, Daybreaker. So hieß jemand auf meiner Schule. Reborn. Dankeschön für deinen Prime. Reborn. Danke, danke. Ich wollte in Gen 5 Living Decks machen, aber die Boxen werden echt knapp zum Ende hin. In Gen 5 gibt's viele. Wie viel sind es insgesamt? 400? Willkommen an Gen 6 mit dem DNS-Glitch. Meguminar. Speicherkarte habe ich. Meine Frau ist aber zu knausig für meine Pokémon-Sucht. Will das ganze Geld immer für die Kids sparen. Ah, die Kinder. Was brauchen die denn für Geld? Die haben doch viel mehr Spaß an den Pokémon-Spielen, die du brauchst. Das ist alles ein Investment für die Kinder später. Was will sie denn für die Kinder kaufen? Essen? Pokémon ist Nahrung genug. Für den Geist und für die Seele. Eine lustige Frage. Möchtest du die legendären Drachen im Schloss oder im Drachenturm fangen? Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Ich habe das Spiel, die gespielt. Monte ist großartig. Was sagst du da? Monte ist immer noch die gleiche Rezeptur von damals und einfach ultra lecker. Ich könnte den ganzen Tag Monte essen. Monte White habe ich noch nie gegessen. Das gibt's hier nie. Mal sehen, wenn du das erste Mal auf Wackelgras gehst. Wie hast du mich genannt? Was ist denn jetzt Wackelgras? Verfolge dich hauptsächlich über YouTube und da ich dein Content mega feiere und ich zudem noch das Prime Over übrig hatte, dachte ich mir, dass ich dir das mal gönne. Dankeschön. Darf ich da reinfallen? Nein. Wackelgras ist Gen 5 Gimmick. Hier gibt's doch auch diese komischen Kämpfe, die sich so drehen. So wie in Mario, Paper Mario Origami King, so Drehkämpfe. Oder war das Gen 6? Oh ne, Gen 6 waren Drehkämpfe. Ne, Gen 5 waren. Ne, Gen 6 waren. Egal. Die waren komisch. Unnötig. Reihe um Kampf. Du genießt die Gens, du genießt die Gens, einer der besten. Ich glaube, die Story gefällt mir nicht hier. Aber die gefällt mir eigentlich so gut wie nie. Aber ich mag halt die Pokémon, die es hier gibt und dass es so viele gibt und dass es auch ausschließlich neue Pokémon gibt. Es gibt 3er Kämpfe. Ich spiele Pokémon Legends Arcade auf 100% durch. Voltarion, wie weit bist du? Auch Doppelkampf gibt's kaum noch. Ist komisch, dass sie das einführen. Dann ist es nur so ein... Ich erinnere mich nur an einmal so einen komischen Dreierkampf zu machen. Wird Gen 5 nicht immer für die Story gelobt? Ich weiß. Aber ich kann mich erinnern, sie hat mir nicht gefallen. Ich mag dieses religiöse Thema einfach nicht. Von denen bekommt man doch diese Pflanzen, Wasser und Feuer Pokémon. Die Affen. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Anscheinend kriege ich einen Wasseraffen geschenkt. Ich glaube, meine ist auch Gen 3. Meine Lieblings-Gen besetzt. Grafik. Story. Pokémon. Gen 3. Aber die rundum besten Pokémon finde ich hat Gen 5. So, was gibt's hier? Gibt's hier irgendwas Cooles, Neues? Komm schon. Wie? Ich komm da nicht durch? Oh nein. Hier gibt's gar kein Feld. Zum Trainieren. Aber wenigstens gab's Trainer. Dadurch money, money, money. Okay, wir brauchen einen Zerschneider. Okay. 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 Ein Affe mit dem Typ Wasser. Was glaubst du? Genannt Sodamuck und Sodachita. Wer bist du? Was machst du hier hinten? Oh. Kannst du dabei? Danke für nix. Gen, äh, Rubin Saphir ist Gen 3 eben. Und Oras ist Gen 6. Aber es ist ein Remake von Gen 3, ja. Das heißt, die einzige, mit der ich nicht geredet habe, mit der soll ich reden. Okay, ich geh gleich zurück. Den Stratos bekomm ich, den Affen. Okay. Den Living Dex brauch ich nur noch ein paar Pokémon. Und dann ist der Dex dann und da dann alles auf perfekt machen. Also alle Dex-Aufgaben fertig machen. Ja. Ich hab sacken viel Legends Arcus gespielt und ich lieb's auch. Und ich glaube, bevor irgendwann hier Saar rauskommt, werde ich auch 100% noch machen in Legends Arcus. Die gibt mir das Sodamuck. Okay, 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 okay. Aber ich hab sehr viele Mons auf 100% in Legends Arcus. Was heißt sehr viele? So 20 oder so? PLA ist ein Traum. Bestes Pokémon-Spiel. Das macht man doch am besten mit der Hand, ne? Warte mal, was? Level 4, Level 4, Level 4, Kauzig. Was ist eigentlich beim 4. Genie Hisui stehen für den Origin Dex? Was? Was ist eigentlich beim 4. Genie, meinst du, von Hisui stehen für den Origin Dex? Ich mein, wo kam denn... Wie heißt die denn nochmal? Voltolos? Oreos? Armaros? Ne. So, der Stream. Oh, warte mal, sei männlich, bitte. Das hab ich nicht gespeichert. Es ist ein Männchen. Okay. Kupidos. Kupidos ist ein Hisui-Pokémon, ja. Mauslo, dankeschön. Dankeschön für 5 Monate, Mauslo. So, das brauchen wir noch einmal. Jawohl. Ich mach's gerade Shiny-Only-Run in Legends Arceus und habe Shinies bekommen, die ich davor nie gefunden habe. Und das ist nice. Cool. Was auch cool ist, dass, dass man Shiny-Pokémon den, diesen Leuten geben kann, die Pokémon von einem wollen. Und dann stehen die so in der Stadt rum. Das ist auch cool. Die Affen sind wie die Starter. 12,5% weiblich bloß. Krass, warum? Die eigentlichen Starter der 5. Gen. Affen. Boah, wären die Leute sauer gewesen, wenn es einfach die Affen gewesen wären, oder? Sandwich-Katze, du bist ein Flamin-Kno. Shiny-Quest-Challenge, genau. PLA war dein erstes Pokémon-Spiel? Dann hast du ja gar keinen Vergleich. Dann weißt du ja gar nicht, wie es für uns war, in diesen Spielen immer, halt so rundenbasiert zu kämpfen. Und dann die Offenbarung, als man in PLA das erstmal einfach gehen konnte und ein Pokéball schmeißt auf etwas. Gibt es eigentlich eine Erklärung, warum der 4. Genie später nicht existiert? Ich glaube, du meinst, gibt es eine Erklärung, warum... Achso, weil er später, weil es die Vergangenheit ist. Äh, ne, glaube ich nicht. Gibt es, glaube ich nicht. Warum heile ich mich schon wieder? Itachi, dankeschön für zwei Monate. Als versteckte Fähigkeiten haben die Affen auch die Starter-Fähigkeiten. Sag mal, sind es die versteckten Starter, die Affen? Sehr frech. Genau, die Liebe ist gestorben. Kupidos war nicht mehr von... War nicht mehr notwendig. Bin ich hier hochgegangen, was ist hier? Boah. Du bist Pokémon X-Fan. Ich hab gestern mal geguckt, was... ...ein japanischer DS kosten würde, wenn ich den importiere. Auf Ebay so 100 Euro. Und dann ist mir aufgefallen, dass... ...Gen X... Also für die, die es nicht wissen, äh, für... ...Gen 6... ...braucht man alle Vivillon-Formen. Man kann die Vivillon-Formen nur haben, wenn man drei verschiedene DS-Systeme hat. Amerikanisch, europäisch und japanisch. Das heißt, um es komplett legit zu machen, braucht man... Naja, drei verschiedene DS-Systeme. Und... ...und... ...das Problem ist, was mir dann aufgefallen ist... ...das XY war... ...zwei DS... ...oder drei DS... ...und drei DS sind Region-Logged. Das heißt, selbst wenn ich mir einen japanischen... ...DS hole... ...bräuchte ich das japanische XY. Und dann, wenn ich mir einen amerikanischen DS hole... ...bräuchte ich noch ein amerikanisches XY. Und jetzt spiele ich eher mit der Idee, den hier so zu modden, dass er alle Regionen hat. Was nicht sicher ist, ob das geht. Aber das probieren wir dann irgendwann aus. Hast du auch mehrere 3DS, oder? Ne, ich hab nur den. Ich hab nur den. Ey Job, das ist illegal. Von was redest du? Redest du davon, illegale Sachen zu machen? Soll ich dich anzeigen, Rote J? Von was redest du? Wird dir was? Mach doch einen Region-Swipe. Ja, eben. Aber es ist die Frage, ob der Region-Swipe auch dafür sorgt, dass die Region in den Einstellungen tief änderbar ist. Und dass es eine Auswirkung hat auf Vivillon. Es sollte. Aber... Hat es schon mal jemand getestet? Wo bekommt man Mover nach dem Mod her? Total egal. Aus dem Age-Shop. Der Mover ist kostenlos. Pokémon X kostet 50 Euro. Wenn du Pokémon X runterlädst, betrügst du die Welt um 50 Euro. Wenn du Pokémon Woombo runterlädst und Bank runterlädst, hat keiner was... Was nichts Schlechtes, nichts Negatives. Also hat es jemand schon mal von euch geschafft, Region in Region Swap machen, sodass der DS kein europäischer mehr ist, sondern japanischer. Also das ist klar, das ist easy. Aber hat schon jemand von euch getestet, dass die Vivillons sich dann mitändern? Ja, tun sie. Okay. Dann machen wir es so. Reicht Level 13? Wachstum? Wachstum ist besser als... Wickel. Natürlich muss der gemoddet sein dafür. Hallo Reikelwerk. Ja, die Seite kenne ich. Ich kenne das alles. Ich habe nur noch nie eine Anleitung gefunden, dass es auch für Pokémon funktioniert. Sehr wirklich auch sehr easy. Ich finde es Region Lock bei Konsolen auch so dumm, kann man deswegen auch ein Playstation 1 Spiel nicht spielen. Ja, zum Glück sind Region Locks eine Sache der Vergangenheit. Diese Arbeit, die du dir machst, ist krass. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ihr damit immer meint. Ich finde, es ist gar nicht so viel Arbeit. Ich spiele einfach ein Pokémon-Spiel. Was mache ich mir denn für Arbeit? Und dann gucke ich ein Karpfe-DM-Video und denke mir, oh mein Gott. Das ist Arbeit machen. Das ist Arbeit machen. Karpfe-DM. Der macht sich Arbeit. Ich spiele einfach nur ein Pokémon-Spiel und fange sie in den Pokéball. Nicht so schwer. Most Perfect Game State war Hammer. Ist Hammer. Vor allem, wie ich schneller die Teile rausbringe. Ich weiß nicht, wo der, wann der die Spiele spielt. Wann macht er das? Wann? Wie? Das Modden der Gamecube war bestimmt interessant. Switch ist immer noch Region Locked? Nö. Was meinst du? Switch ist nicht Region Locked. Kannst mir aber ein Spiel reintun und spielen. Was meinst du? Oder? Du checkst, kaufst, recheckst und zockst. Das frisst Zeit. Dafür Respekt. Danke, danke. Ihr geht halt sehr selten live mittlerweile. Ja. Stimmt. Ihr slowt aus. Ihr verlangsamt uns. Ihr seid schuld. Für eine KPD-M und dich einfach den Wahnsinn. Euer Content macht einfach unglaublich viel Spaß. Und deine Shiny Hands waren auch mega aufwendig. Dankeschön, Omeltier. Dankeschön. Wie war dein Team in Gen 3 zusammengestellt? Schau das Video an. Ich weiß nicht mehr, was mein Team war. Sumpex. Ich weiß es nicht mehr. Sanfter Wikinger. Dankeschön für 6 Monate Prime. In Pokémon Go muss man Freunde aus aller Welt für Vivillon haben, wo er immer noch immer so viele Freunde kriegen soll. Da gibt es eine Website. Du kannst auf Webseiten gucken und da bieten Leute ihre Freundescodes an, extra mit dem Hintergedanken nur Geschenke zu tauschen. Und da findest du dann halt auch welche aus, zum Beispiel. So habe ich meine ganzen Vivillon ausgekriegt. Und da findest du, da kannst du halt dann sortieren nach den Orten, wo die herkommen, um dann die Karten zu kriegen für die Vivillon-Form und sowas. Maori, hallo, du bist ein Mimikyu, Mimikma. Thorax, du bist dein Kosmo-Wum. Das reicht jetzt aber, oder? Oder soll man auch, bis es sich entwickelt? Wann entwickelt sich Serpy voll? 16 oder 18? So, dann mag ich es auch noch da. Kalinator, dankeschön für deinen Prime. Haben wir gerade das Subgoal, das Daily Subgoal erreicht? Das heißt, am Ende vom Stream... 17 entwickelt sich's. Okay. Am Ende vom Stream verlose ich ein Shiny von meinen Doppelten. Hallo, Winnie-Poo. Ich hab nur zwei Starter, die sich auf 18 entwickeln. Sozog und Glurak, oder was? Marco, du bist ein Shiny Toggekiss. Die Shinies sind noch da, es funktioniert. Shiny Toggekiss. Keine Sondra sieht sich wie dieser Floor. Es entwickelt sich auch auf 16. Gifo-Serpy entwickelt sich auf 36. Okay. 17, 36. Was war denn nicht immer ein Volltreffer? Was tun die mit meinem armen Serpy-Feuer an? War Serpy-Feuer eine schlechte Wahl? Welcher von den Startern ist denn der stärkste Stark da? Von den Stats her. Wahrscheinlich das Schweinchen. Und Sodamarkt ist doch Wasserstein, oder? Ja, die drei sind Steine. Wie, Leo, wieso hast du mir nicht gesagt, wie spaßig Shinyhand in PLA sein kann? Du meinst all die Male, wo ich hier über PLA schwärme und sage, dass es das geilste Spiel ist? Hast du zufällig in dem Moment weggehört? Natürlich ist PLA ein grandioses Spiel. Shinyhanden ist das Einfachste dort. Du musst nicht mal hingucken in PLA. Flank ist am kräftigsten, aber Serpy-Feuer ist der Beste. Tiny, du bist ein Fulcano. Wieso verrecke ich dann die ganze Zeit? Die gucken mal da, das machen mich fertig. Okay. Man könnte mit dem S10-Glitch einfach die erste Gen so umprogrammieren, dass man gegen einen zum Beispiel Lugia kämpft. Man muss mit dem Glitch jedoch das Sprite erstellen. Das dauert locker ein bis zwei Wochen mit rumglitchen. Oh Gott. Jeden Pixel verschieben. Warum machst du nicht Aqua-Knarre? Vielleicht wegen Sandwirbel. Hallo Carsten. Cellars und Kanimani sind die Starter, die sich auf 18 entwickeln. Hä? Ich check's gar nicht. Hä? Entwickelt sich Gloran-Tortag nicht auf 18? Entwickeln die sich auf 16? Dann meine ich 14. Ich hab's um 2 verschoben. Gloran-Tortag entwickeln sich auf 16. Und Bisa-Flo auf 14. Äh, Bisa-Knosp. Also, ihr wisst schon. Die, die, die. 16. Okay. Ich meinte 16. Level 14 ist Luturz zu Lumberero. Okay, zählen wir einfach Pokémon auf, wann sie sich entwickeln. Kannst du eine Attacke machen? Ich könnte jetzt Pokémon einfach tauschen. Okay. Äh, es ist nicht tot. Oh Gott. Ähm. Bei dir kommt kein Deoxys. Du machst das in Platin. Äh, manche Pokémon kommen nur in Diamant und Perle. Und manche nur in Platin. Keine Ahnung, welche in was kommen. Es kann sein, dass du einfach nur Pech hast. Und du musst weitermachen. Und hoffen, dass Deoxys kommt. Aber es kann sehr gut sein, dass Deoxys nicht in Platin kommt. Sondern nur in Diamant und Perle. Mann, Mann, Mann. Warum ist das hier gerade so schwer, hier durchzukommen? Hallo, Taylor. Zumindest hat jemand letztens auf meinem Discord gemeint und dann rausgefohrt oder halt getestet, dass Manafi zum Beispiel nicht auf Platin kommen kann. Rote J war es, glaube ich, ja. Die Deoxys habe ich nur in Diamant bekommen. Ja. So, können wir jetzt endlich die erste Arena machen. Was hat der eigentlich? Orient City. Moment, warum sind es drei? Ist das einer von den Dreierkämpfen? Was hast du verpasst? Alles. Oh mein Gott. Wir haben 20 Shinies schon gefunden hier. Je nachdem, welches Pokémon unser Gegner am Anfang gewählt hat, entscheiden wir abhängig vom Typ, wer von uns drei einen Antritt ist. Ach so, okay. Ich dachte, so ein Dreierkampf. Das müssen wir erstmal speichern. Hallo, Toni. Sword of the Demon King, du bist ein Shiny Dictory. Lucy, du bist ein Abra. Ich dachte, wir haben uns Erppi voll die besten Chancen hier gerade. Aber deswegen hat man ja das Sodamac. Auf dem japanischen Diamant oder Platin konnte ich DNS-Sachen mehrmals abholen. Ich glaube nicht, dass du die Sachen mehrmals abholen konntest. Ich glaube eher, dass die japanische Version... Die japanische Version hat nämlich... Ich habe nur letztens so eine Seitenübersicht gesehen. Das waren irgendwie 40 Seiten mit je neun Pokémon. Also 40 mal neun oder sowas. Abnormale viele Verteilungen gab es in Gen 4 in Japan. 40 mal neun oder sowas. Wovon aus Sacken viele doppelt, dreifach, vierfach waren. Deswegen, ich glaube eher, dass du... Naja. Einfach alle gekriegt hast. Hallo, Gerd. Okay, den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Die Karte soll mal... Die Kamera soll sich mal entspannen. Hallo, Error. Die Arena in Gen 5 haben so nice Arenen. Meinst du die Musik? Oder was für Arenen haben die Arenen? Wie lange geht der Stream noch? Bis ich weinend auf dem Boden liege. Was passiert hier? War der Grund, warum Abra so schwer zu fangen, war eigentlich, weil Simsala der Endgegner in Gen 1 war? Meins, Simsala war das stärkste Pokémon in Gen 1. Ne, aber ist einfach schwer zu fangen, weil das die Lore von ihm ist. Kann er Teleport? Ist nur deswegen schwer zu fangen, wegen der Attacke. Was für ein Level hat sein Grimack? 14. Ich. Hallo, Alexander. Kildeo wurde zweimal für Gen 5 verteilt. Was auch besser ist, weil Kildeo hat zwei Formen. Ja, ohne das Sodamark wäre das schon gemein hier gewesen jetzt. Hallo, Friendly. Easy. Danke, dass ihr mir gesagt habt, wo Sodamark ist. Gibt es in Gen 5 überhaupt Roma? Die Genies, natürlich, die Genies. Hast du Tipps, wie man beim Shiny-Hunten motiviert bleibt, auch wenn lange das Shiny nicht kommt? Mach zehn Hands gleichzeitig und wechsel die ganze Zeit die Hand. Ich suche zur Zeit Entei, Giratina, Deoxys und bald Manafie. Viele schaffen es, sich auf nur eine Hand zu konzentrieren. Aber mich würde das nerven. Deswegen mach einfach mehrere gleichzeitig. Und wenn du bei einer genug hast, machst du die andere. Und motiviert bleiben. Also. Ich weiß nicht. Ich verstehe schon, dass es was mit Motivation zu tun hat. Warte. Ich will wissen, was die redet. Irgendwas mit Traummaschine hier, oder? Vor allem zerschneid. Ja, kannst du, Alexander. Okay, wir sollen ein Somnium für sie fangen. Hat die Augenringe, oder warum sind die so blau, die Augen? Rubine. Das ist eine Brille, das ist eine Augenringe. Augenringe. Meine Motivation, jeder Encounter bringt dich einen Schritt näher an Shiny. Nee, ich verstehe nicht. Also, ich finde, ich brauche nicht viel Motivation, weil Shiny-Hunten so einfach ist. Also, du Shiny-Hunten ist einfach und währenddessen schaust du einen Film. Schaust du eine Serie, schaust ein Anime, schaust ein was auch immer. Also, als Routine, nee. Du musst da nicht für etwas motivieren. Also, wenn du jetzt da sitzen müsstest. Also, mir fällt es zum Beispiel schwer, motiviert zu sein fürs Shiny-Hunten während dem Stream. Weil ich währenddessen nichts anderes machen kann. Ihr seid meine Beschäftigung währenddessen. Aber wenn ihr nicht da seid, wenn ihr gerade auch nichts zu reden habt, wenn ich nicht weiß, was ich reden soll. Dann ist es eine Plage, Shiny-Hunten zu streamen. Weil du sitzt einfach da. Und es ist der Horror, einfach nur da zu sitzen und nichts machen zu können, außer die ganze Zeit A zu drücken. Aber wenn du privat Shiny-Huntest, dann ist das ja nicht deine Hauptbeschäftigung hoffentlich, sondern du schaust einen Film, hörst einen Podcast, was auch immer. Und solange du etwas währenddessen machst, was du immer machen kannst beim Shiny-Hunten, finde ich, braucht man keine Motivation, weil man macht es halt einfach. Aber von welchem Pokémon reden wir denn, wo du die Motivation verlierst? Hallo Dominik. Hallo Max. Wo besorgst du dir immer die Spiele oder bist du standardmäßig auf eBay unterwegs? Einfach eBay. Ich lebe leider nicht in einem Land, wo es einfach ist, die Spiele sich zu holen. Also hier gibt es keine Flohmärkte, hier gibt es keine coolen Retro-Läden. Es ist wirklich alles eBay. Und wenn ich was finde auf eBay, ist es meistens auch noch mit Zoll versehen und Lieferkosten, die nochmal irgendwie 15 Euro sind, 20 Euro sind. Deswegen, da habt ihr ein bisschen besser in Deutschland. Ihr habt Flohmärkte, ihr habt Retro-Läden. Okay, wir fangen uns jetzt ein Somnium. Du kannst auch Shiny-Hunten, während du bei einem Shiny-Hunten zuschaust, genau. Da ist es. Los! Hum. Hum. Wo lebst du denn? In Irland. Nein, lass das Somnium in Ruhe. Ich will, dass es mein Stressball wird. Warum ist die Banane krumm? Gibt es echt keine Flohmärkte in Irland? Doch, aber da sind keine Spiele, das sind Klamotten und so Zeug. Ist auch in Irland geboren? Nein. Was ist gegen die jetzt kämpfen? Warum Streams für Deutsch? Spricht man in Irland Deutsch? Schon mal daran gedacht, dass ich vielleicht Deutsch bin. Ja, Irland ist, alle reden hier Deutsch. Ja, ja. Eva, vielen, vielen Dank für dein Tier 2. Mit einem fetten Text. Ich habe mich jetzt doch noch dazu entschieden, meinen Living Form Decks gegen ein Origin Decks auszutauschen. In den nächsten Wochen werde ich wohl auf Ebay verbringen. Eva, Eva, Eva. Es freut mich, auch Eva konnte auf die Seite des Ursprungs gebracht werden. Irgendwann kannst du fließend Englisch? Nö. Hallo, Angermat. Anscheinend wissen immer noch nicht alle, dass ich in Irland lebe. Ich lebe in Irland, weil meine Partnerin hier einen super Job gekriegt hat, also sind wir hergezogen. Das ist die Story. Fertig, Ende aus. Ich verbringe meinen Tag nur damit, Deutsch zu sprechen. Ich kann gutes Englisch, aber ich kann kein perfektes Englisch. Ich bin nicht irisch, ich bin Deutsch. Man kann auch im Ausland leben und Deutsch sein. Ich bin einer von denen, die auf RTL bei Ausgewandert Deutschland vorkommen, wahrscheinlich irgendwann mal. Nein, auf keinen Fall. Wie viel Geld müsste man für einen Origin Dex ausgeben? Weiß ich nicht. 1000 Euro? Wie soll ich dir das beantworten? Die britische Version von Carrera heißt Scalax Trick? Was? Scalax Trick? Weird. Irland ist übrigens nicht UK. Falls du jetzt deswegen draufkommst. Ist Irland noch EU? Nee, wir sind Aussässige. Wir dürfen nicht mal die Insel verlassen. Hier gibt es auch keine Flughäfen. Natürlich sind wir EU. Was lernt ihr in der Schule? Stink sauer. In Gen 4, alle Pokémon aus den Bäumen, bis auf meinem Fax, aber jetzt weiß ich schon mal, welche zwei Bäume. Sehr gut. Was arbeitest du dort? Du schaust mir dabei zu. Herzlich willkommen bei meinem Job. Heute ist... Bring deine Zuschauer zu Workday. Und hier seht ihr, wie ein Idiot versucht, alle Pokémon zu fangen und erwartet, dass Leute ihm dabei zuschauen. Wo ungefähr in Irland? In Dublin. Ich konnte einfach nicht mehr länger warten. Ich musste herkommen. Ein Somnium. Schau. Können wir jetzt sein Baby fangen? Nein. Wir sind dein Chef. Das wünscht ihr euch. Gibt es jetzt hier auch Somniams zu fangen? Oder war das jetzt nur so ein kleines Story-Ding? Sie wird das Pokémon suchen gehen. Hier. Schauen wir mal. Raumbraar ist Fundort für Somni. Miem, miem, miem. Ich war auch mal in Dublin. Das ist schön da. Hier. Hast du nicht dem DNS-Bitch gesagt, du wohnst nicht mit so vielen Leuten um sie rum? Versteht man in Irland was anderes unter Hauptstadt als sonst wo? Ja. Irland. Ich weiß es nicht. Schaut euch auf Wikipedia die Zahlen an. I don't care. Man kann auch in Dublin leben und nicht im Zentrum leben. Hast du daran gedacht? Ich weiß nicht, ist hier die Traumbrache? Ich weiß nicht, wo Traumbrache ist. Also gibt es hier kein Somnium. Brauche ich jetzt nicht hier rum suchen. Ich habe gerade in Englisch. Thema Irland. Kannst du irgendwas Interessantes sagen für den Unterricht, so allgemein? Die Iren hassen die Queen, weswegen hier große Party war, als sie gestorben ist und alle sich gefreut haben, dass der Teufel endlich tot ist. Das kannst du wiederholen. Ich weiß nicht, ob du dafür Punkte kriegst im Englischunterricht. Die Führerschein, also um hier Führerschein zu machen, ist es schrecklich. Eine Bekannte macht hier gerade Führerschein, weil die ihren kanadischen Führerschein nicht übernehmen kann. Und sie muss, sie hat jetzt einen Teil bestanden und muss sich jetzt anmelden für den nächsten Teil. Und um sich anmelden zu können für den nächsten Teil, muss sie bis Oktober warten, weil erst dann sind Stellen frei, um sich für den nächsten Teil bewerben zu können. Also nicht, dass sie im Oktober dann fertig ist, sondern sie kann im Oktober sich eintragen für den nächsten Termin, um den nächsten Teil vom Fahrausweis zu machen. Keine Ahnung. So, Fakt ist dieses Land, dass hier so wenige Leute fähig sind, quasi den Führerschein auszustellen oder es Stellen gibt oder sowas. Kann man da hoch? Ist in Irland links- oder rechtsverkehr? Linksverkehr. Wie viele Teile gibt es? Keine Ahnung. Führerschein kostet hier inzwischen 3.500 Euro. Das kannst du so nicht allgemein sagen, wie viel ein Führerschein in Deutschland kostet. Es gibt Leute, die machen den Führerschein mit nur den Pflichtstunden und dann haben sie lange nicht 3.500 Euro ausgegeben. Ich habe keine Ahnung, wie viel es hier kostet. Werden da Deutsche anerkannt? Ganz selbstverständlich, wir haben den besten Führerschein. Das wäre ja eine Unverschämtheit, wenn ich hier nicht fahren dürfte. Kann sie den nicht im Urlaub woanders in der EU machen? EU ist doch EU. Waren am Anfang nicht dabei, wie hast du das gemacht mit den Startern, dass du alle 3 hast? Ich habe nicht alle 3. Was redest du? Okay, ich gehe wieder raus. Bei uns kostet ein Führerschein mit 9 Pflichtstunden fast 4.000 Euro. So ein Quatsch. Es tut mir leid. So ein Quatsch. Wie viele Pflichtstunden gibt es? 5 Stück? 6 Stück Pflichtstunden? Einmal Nacht, einmal zweimal Autobahn, keine Ahnung, 5, 6 Pflichtstunden. Das ist kein Quatsch, Leo. Das ist so ein Quatsch, dass 6 Stunden 4.000 Euro kosten. Never. Ich trolle nicht. Ich weiß, dass du nicht trollst, übertreibst. Die Stunde kostet 100 Euro. Ja. Das heißt, du hast 40 Pflichtstunden. 14 sind immer noch nicht 4.000. 60 Euro mittlerweile. 60 Euro. 60 Euro bis 4.000 sind auch verdammt viele Pflichtstunden. Anmeldung 400 Euro. Dann solltest du zu einem anderen gehen, der nicht 400 Euro kostet. Da sind wir immer noch nicht bei 4.000. Okay, wir gehen weiter nach links. Leos Spartipps, genau. Ab in die... Ins Ausland. Ich habe für Sonderstunden. Ich habe für Sonderstunden. Was sind denn Sonderstunden? Sonderstunden sind Sonderstunden. Das ist nicht normal, Sonderstunden zu machen. Und zweite Prüfung hat nochmal 1.000 Euro. Ja, aber wenn du eine zweite Prüfung machen musst, ist das auch nicht normal. Wenn du nochmal eine zweite Prüfung machen musst. Hä? Du zählst nur Sachen auf, die nicht normal sind. So, warum kann ich dann... Also, ich soll nochmal zu dir zurück wahrscheinlich. Nicht hier. Da unten. Wo ist das? Ich kenne keinen Privat, der beim ersten Mal die Fahrprüfung bestanden hat. Hier, jetzt kennst du jemanden. Ich. Null Fehler. Null Fehler. Nicht schwer. Ich bin stock sauer jetzt. Lügenpresse hier. Die erste Prüfung verkackt man immer. Nein, nur wenn man Idiot ist. Was? Hier auch. Letztens jemand hat es erzählt. Sie ist durch die Fahrprüfung durchgefahren. Warum? Weil sie über Rot gefahren ist. Also. Come on. Praxis nicht Theorie. Ja. Ich kenne niemanden, der die Fahrprüfung nicht beim ersten Mal geschafft hat. Privat in meinem Umfeld tatsächlich. Alle, die ich kenne, haben am ersten Mal die Fahrprüfung bestanden. Ein Kumpel bei mir, bei dem ich auch letztens in Köln eben geschlafen habe, der hat den Führerschein in zwei Wochen gemacht. Der hat gesagt, hey, ich bin zwei Wochen hier. Gib mir sofort alle Pflichtstunden. Jeden Tag eine Pflichtstunde. Bam, 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 bam. Fertig. Okay. Und fertig war er. Okay, mit ihr musste ich reden. Wie hoch sind die OTs bei Reggie Drago ohne Schillerpin? Das weiß ich nicht. Du gibst mir sehr wenige Informationen, um dir das sagen zu können. Ich bin durchgefallen, weil ich den Motor mitten auf der Kreuzung abgewirkt habe. Hattest du aber einen Gemeinlehrer, dann sollte eigentlich kein Durchfallgrund sein. Solange du danach richtig reagierst und einfach gelassen den Motor wieder anmachst. Ich meine, das kann jedem passieren. Das ist kein Grund. Es gibt auch so eine Akademie in Gera. Da kann man mit Theorie alles in zwei Wochen machen. Ja, es gibt da so Stellen. Ich meine, beim Softresetten in Schild 1 zu 4000. Schillerpin bringt dir sowieso nichts. Was redet ihr? Jetzt hat sie mir gerade erklärt, was das Seagier ist. Und das habe ich mich schon immer gefragt. Und jetzt weiß ich es wieder nicht. Das ist einfach mein Beutel. Das brauchen wir nicht. Hm. Gibt es eigentlich feste Regeln oder kann das jede Fahrstuhle selber aussuchen? Was? Die Regeln vom Straßenverkehr? Was meinst du? Was kann die Fahr... Was? Welche Regeln? Es gibt feste Regeln, ja, an die sich eine Fahrschule halten muss. Ja, dass das das Seagier ist, das weiß ich. Aber was bringt mir das? Da steht ja nur WLAN, drahtlos, Infrarot. Da lacht jemand, warum auch immer. Ob beides First-Try bestanden ist, war wirklich sehr einfach. Ja. Ich würde wahrscheinlich fett durchfallen, also theoretisch würde ich wahrscheinlich fett durchfallen, wenn ich jetzt spontan theoretisch einen Test machen müsste. Kannst du ausmachen, frisst nur Strom. Kann man das Ding ausmachen? Achso, und bei den Rittern? Nee, bei den Rittern gilt der Schillerpin, wenn du einen Schillerpin hast. Ansonsten ist es 1 zu 4000 ohne Schillerpin. Ich hoffe, du bist nicht im Flugzeug, was? Das wurde zum Tauschen oder für die Traumbrache genutzt. Okay. Wirst du Endspokémon auch für den Origin-Decks fangen? Natürlich. Hallo, Daniel. Okay, 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 Infrarot kann ich zwischen zwei Editionen tauschen, kämpfen. Ja, das ist alles nichts, was ich brauche. Kann ich das Ding echt ausmachen? Geht das? Auf dem Weg zur Prüfung bist du auf der App die Prüfung durchgegangen, bist du durchgefallen und dann bei der richtigen Prüfung hast du es bestanden? Gut. Ach, das ist das, was beim Starten gefragt wird. Okay. 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 Ist das der Hort? Ist hier schon der Hort? Wow. So früh kann man zum Hort. Oh. Dreimal Schutzschild hintereinander ist gemein. Das ist sehr unwahrscheinlich, ja. Ich vermisse die Traum-Ebene leider. Leider wurde das rausgenommen, die Seite, wo man sein Pokémon hinschicken kann, wo man seine Insel gestalten kann und ein Haus da drin. Der ist alles weg. Die Dream World. Das Item Radar ist ganz nützlich, musst du wissen, ob du den brauchst. Okay. Item Radar. Der geht auch aus, wenn ich den DS zuklappe. Geht da nicht das Spiel aus? Ich bin auch überhaupt nicht weit. Das Spiel ist schon, man merkt schon, dass das noch um einiges schwerer war, dieses Spiel hier. Das letzte richtig schwere Pokémon-Spiel. Som-n-jam. Das ist gerne. Den Traumebenen-Spoof? Ich glaub nicht. Ich bin auch einfach. Okay. Ich bin auch noch. Okay. Ich bin auch noch. Ich bin auch noch so, wenn. Weidräger. Gibt es hier irgendwas in diesem kleinen Park hier? Da drüben steht jemand. Komm mal nicht hin. Bin ich froh, dass man nicht mehr gezwungen wird zu kämpfen. Ja, das ist sehr angenehm, ne? Wobei ich es mich schon gewundert hatte. Ich hätte schon erwartet, dass man in Gen 9 auch, wenn man zu nah rangeht, so wie in Legends Arceus, wenn man an diesen Banditen zu nah rangegangen ist, dann ist quasi alles gefreezed und man wurde dann herausgefordert. Das hätte ich schon erwartet in Gen 9 auch. Aber man kann echt optional alles. Hallo 1235-92 Darf ich fragen, was hast du dir bei diesem Namen gedacht? Heißt du Taylor? Well. Du heißt 1235-92. Ich weiß nicht, wie du auf Taylor kommst. Taylor Swift? Nein. Nee, vielleicht ist das hier eine versteckte Botschaft. Hallo Jason. Ja, bei der Traumebene geht es nicht. Anscheinend sitzt da ein fettes Team dran, die Traumebene wiederherzustellen, aber es existieren nicht genug Daten, um die wiederherzustellen. Hallo, Goku. Ich trainiere bei denen mal. Ich sollte wahrscheinlich einfach weitergehen, oder? Kriegt man auch alle Pokémon in Gen 5? Ja. Erst ab Gen 6 ist es unmöglich, alle zu kriegen. Was tue ich? Er macht keine Feuerattacke. Was ist denn die Traumebene? Weiß nicht. Ich möchte einmal diesen Spaß gespürt haben, mit der Dreamworld gespielt zu haben. Äh. Leo Gen 8. Okay. Demon King Gen 9. Was ist? Genau, mysteriöse. Also Gen 6, 7, 8 und 9 hat halt mysteriöse Verteilungen, die du nur kriegst, wenn du in dem Moment mitgemacht hast. Wenn du in dem Moment nicht mitgemacht hast, kannst du es nicht kriegen. Außer jemand schenkt dir das halt, der das halt hat. Aber du kannst es nicht mehr holen. Grasmixer. Was ist das eigentlich nochmal? Halt, das heilt doch. Grasmixer. Wir alle, fresh, wir alle. Und wie machst du es dann für deine Videos? Gar nicht, denn ich hab alle. In den Videos sag ich, äh, und das ist für alle unmöglich, die nicht mitgemacht haben. Ich allerdings habe mitgemacht und habe alle. Beziehungsweise habe von Zuschauern sie geschenkt bekommen. Hier ist der dritte mit dem Vegemuck. Wie kriegt man hier den nationalen Decks? Auch irgendwie mit alle Pokémon gesehen haben? Ich glaube nicht, sondern... Wann kriegt man den nationalen Decks? Muss man einfach nur das Spiel durchspielen? Kommen wir nicht Hooper heute noch? Nope. Wi-Fi McDonald's Free Wi-Fi nennt? Ernsthaft? Das höre ich zum ersten Mal. Ist das, ist das echt? Kennt das jemand noch? McDonald's Wi-Fi für Hooper? Was? Einfach nur durchspielen? Ah, ist ja ein Witz. Gen 8 kam, der Dexit. Gen 6 und 7 haben noch alle Pokémon. Du redest von was ganz anderem. Ja, du hast recht. Aber davon reden wir nicht. Okay, was ist hier drin? Ich liebe die Max. Ein Pokémon Legends Zahre werden sie sicher wieder drin sein. Oh ne, wie oft kämpft man hier gegen Rivalen? Jetzt lass nicht. Nein, dein Ernst? Wie oft kämpft man gegen die? Beim Starter kriegen. Bei und aus dem Haus gehen. Vor der Arena. Nach der Arena. Immer. Lass mich doch mal kurz chillen. Ich hab mich nicht geheilt. Beim aufs Klo gehen. Hey, Leo. Das heißt, du von Legenza. Sehr viel. Ich hoffe, es wird großartig. Du bist ein wunderschönes Gen 5 Pokémon. Noir, Knight, Raven. Du bist der Anführer, der Ritter der Redlichkeit. Okay, Deo. Ich hab gerade 6 Sterne Raid Heraschei gemacht. Und hab null Geheimgewürze gekriegt. Hartes Leben. Ach, scheiße. Was willst du machen? Schöne Tannhell. Einfach weg. Wo du saßt? Dankeschön für dein Prime. Dankeschön. Und Noir, Knight, Raven. Auch danke dir für deine 7 Monate. Dankeschön. Sag mal. Ich bin sauer. Jane. Danke. Legenden, Legenden, äh, Saar, kann alles werden, es kann natürlich ein reines Competitive Spiel werden, es kann auch ein Bausimulator werden, es muss nicht wie Legenden Arceus werden. Wir haben erst ein Legenden Spiel gekriegt, wir haben noch nicht wirklich Andeutungen an eine Reihe, wie eine Reihe aussieht in dem Spiel. Das kann auch ein Scam App werden, genau, es kann einfach nur ein App Spiel werden, mit dem du durch eine Stadt rennst und die ganzen Gebäude scannen musst, um deine Stadt aufzubauen. Was ist dein Lieblings-Pokémon-Spiel? Das dritte. Die Mädchen, die Typen haben dem Mädchen ihr Pokémon geklaut. So, haben wir irgendwas cooles in diesem neuen Grasfeld? Oh, da ist Brauma, unser Elektro-Pokémon. Lieblingsspiel von der neueren, das dritte. Das war auch ewig nicht auf der Switch, Eliseba, ja. Dann kriegen wir sogar ein Shiny geschenkt auf der Switch. Okay, langweilige Antwort, mein Lieblings-Pokémon-Spiel ist Smaragd und mein Lieblings-Pokémon-Spiel auf der Switch ist Legends Arceus. Kennt ihr mich jetzt besser? Könnt ihr mich jetzt lesen? Bin ich jetzt ein offenes Buch für euch? Ja, ich muss Schwarz-Weiß 2 auch spielen, wegen den Tiergeistern. Und ich will es eh spielen, weil ich es nie gespielt habe. Lass mich frei rumlaufen! Tiergeister? Die Dschins. Weißt du, Voltolos, Demeteros, Boreos? Ah! Ein Dusselgurr. Wir brauchen sogar ein weibliches Dusselgurr. Die Legendaries? Es sind nicht wirklich die Legendaries, die Sub-Legendaries, aber ja. Drei von den Legendaries. Ich habe dein Video gesehen, wo du Shiny Mew gekriegt. Nice. Mariko, du bist eine Schnecke. Lieblingsfarbe? Blau. Lieblingsduft? Deine Mutter. Lieblingsjahreszeit? Sommer. Lieblingsgeschmack? Gerade schon erwähnt. Ich hänge seit 8 Tagen in Gen 2. An Shiny Lugia. Gibt irgendwelche motivierenden Worte, die mich auf Kurs halten? Es kommt bestimmt bald. Ich denke, wie lange Gen 5 dauern wird. Zwei Monate. Feililo, Feililo, Veggie, Soda, Dusselgurr weiblich. Ist aber dann das da unten. Wo ist Dusselgurr weiblich? Hier. Okay. Mehr habe ich nicht, ne? Ne. Boah, wir entwickeln uns gleich. Glaubst du, wie lange mir Nafi dauern wird? Zwischen einem Monat und 5 Jahren. Woher soll ich das wissen? Es wäre unfassbar geil, wenn ich es im Eckmanns finde. Hallo Jana. Wie lange habe ich für Gin 3 gebrochen? Ich weiß es nicht mehr. Halt auch immer so. Ist schwer zu sagen, weil ich halt nicht nur eine Sache mache. Ich mache mehrere Projekte gleichzeitig. Ich meine, zwischen Gen 3 und Gen 4 sind glaube ich 4 Monate vergangen. Oder 5 Monate sogar. Aber ich habe nicht 5 Monate lang Gen 4 gespielt. Im April werden wir ganz viel Manafi suchen müssen. Was benutzt du da für die Tabelle? Ausrufezeichen Origin Decks. Dann kannst du da auch deine eigene Tabelle machen. Ausrufezeichen Origin Decks. Also das kannst du auch auf YouTube nicht machen. Aber der Happens macht dir bestimmt den Link rein. Twitch zu gucken ist immer besser. Guckt auf Twitch zu, nicht auf YouTube. Da könnt ihr viel mehr machen. Viel mehr Infos euch holen. Sowieso auf dem Discord ist alles. Übersichten, Erklärungen, Shiny Raten. Komm, ich gehe zurück. Nehme ein Elyseba ins Team. Und dann kämpfen wir gegen Plasma. Wolltest du das Siegier nicht ausschalten? Geht nicht. Im Internet stand irgendwo. Aber das eins von einem selbst sein muss. Und das andere von jemand anderem. Ich will gerade Demeteros am Schreien der Ernte in Schwarz 2 fangen. Habe beide anderen in der Party. Aber sind vom Traumradar. Und jetzt geht es nicht oder was? Kommt es nicht. Ich kenn mich da noch nicht aus mit. Aber ich bin da noch nicht. Nehmen wir Elyseba ins Team. Und Dusselgur. Als Flugmann. Aber was? Weg. Yorclef weg, oder? Wir haben schon Normal mit. Guck mal da. Yorclef ist wahrscheinlich. Also Bisbarg ist wahrscheinlich mal einiges stärker. Egal. Werden für Kripok nur alle Personen gezählt, nachdem er den Kern eingesetzt hat? Oder ist das egal? Ich glaube erst nachdem er den Kern eingesetzt hat. Aber ich weiß es nicht. Hallo Fliesentisch. Hallo. Planst du eigentlich vorher was du als erstes fängst oder fängst du einfach drauf los? Im Moment spiele ich einfach das Spiel durch und fange alles was neu ist. Und dann wenn ich das Spiel durch habe, gucke ich wo ich die Pokémon fange, die ich noch brauche. Und dann meistens dadurch, dass ich das streame, erzählt ihr mir von schrecklichen Sachen, die schwer zu kriegen sind. Oder irgendwelche Tipps, wie zum Beispiel, dass wir uns einen Pikuchiller holen werden. Damit wir mehr Männchen finden können und sowas. Weil das hat Schambolzen, so wie Eneko in Gen 3. Ähm, ja und dann kristallisiert sich das alles so mit der Zeit raus. Danke Megumina. Dieses leichte Mama im Hintergrund fand ich auch so lustig. Mama! Wie viele Shinies hast du schon mal bei Vervollständigen vom Living Decks gefunden? Es hat nichts mehr im Vervollständigen vom Living Decks gefunden, weil mein Living Decks ist schon lange voll. Ähm, oder redest du vom Origin Decks? Ich habe auf jeden Fall 1.125 verschiedene Shinies. Das ist ein Weibchen. Während dem Origin Decks habe ich Shiny Lugia, Shiny Ho-Oh, Shiny Wumpel. Das war's. Mehr habe ich nicht gefunden im Zuge des Origin Decks. Welche Minute war das? Habe ich voll verpasst. Der, der, der Witz mit der Untergrund Basis. Weiß ich nicht, welche Minute der war. Danke Fließentisch. Weiß einer, ob ich irgendwie noch den Pokémover updaten kann? Ja. Indem du deinen DS moddest und dir die neueste Version vom Pokémover draufsetzt. Glaub mir, das hier wird alles entspannter. Ja, ne? Ich muss einfach alles fangen. Das schwerste wird sein, das Spiel durchzuspielen. Was ist ein Origin Decks? Ausdruck bezeichnet Origin Decks. Was ist eine Idee, wie dein Team aussehen soll? Ich meine, wir haben schon ein Team. So wird es aussehen. Äh, Zerpifoi, Zebra, Fasan, Sodamuck. Ist doch ein super Team. Hallo Jess. Ne, das schwerste wird sein, in Gen 2, äh, in Gen 5, Shiny Genes Act zu bekommen. Ich habe gestern wieder ein paar mal, äh, resettet, ein paar DNS-Resets gemacht. Das kommt bei mir nicht. Schwarz, zwei, japanisch. Alles kommt. Aber kein Shiny Genes Act. 1, 2, 3, 5, wenn du es nochmal schreibst, Lösch ich Mags Act aus deinem Kopf raus. Ich finde den Weg. Ich habe 4 Shiny Genes Act mittlerweile. Wie machst du das? Ich habe das Gefühl, ich mache was falsch. Ich die Video modden. Ja, ich darf. Menschen sollte man nicht modden. Das stimmt. Oh, mobben geht. Äh, Yorklef. Zerpifoi. Ne, du bleibst jetzt hier und dann ziehe ich dich zurück. Sag mal bitte, warum? Kannst du nicht verstehen, dass die Frage, was ist dein Lieblings-Pokémon, was ist dein Lieblings-Shady, was ist dein Lieblingsspiel, die wohl nervigste Frage ever ist, die man jemandem stellen kann, der täglich live ist mit Pokémon. Es gibt keine Antwort darauf. Es gibt einfach keine Antwort darauf. Täglich sagt er. Ich bin täglich da. Wenn du schläfst dabei, kann ich ja nichts machen. Bitte. Weißt du, was meine allererste Regel ist im Stream? Sei kein nerviger Idiot. Du wirst langsam einer. Mein Lieblings-Ball? Gute Frage. Das hat glaube ich noch nie jemand gefragt. Ernsthaft. Äh, Jubel-Ball tatsächlich. Ich finde den Jubel-Ball mega. Aber der zählt nicht, oder? Dann... Tauch-Ball. Das habe ich auch mal gemacht. Ja, ich habe mir gemerkt, wie... Wie der Text von Genesect aussieht. Nicht der Mindball. Erzählt doch nicht. Das ist für mich. Kannst du kochen? Warum ist das so ruhig in dem Spiel? Nein, ich habe mal geworfen. Let's nicht. Ich habe mal geworfen. Das gibt's Fuss zusammen. So, das geht's. Ich habe mich über die Zeit. Dann muss man sich garante. Ich habe eine W cinco. Echt. Das ist für mich. Ich kam nicht um 1 Uhr morgens on, ich bin deutscher Zeit um 20 Uhr online gekommen. Eine stinknormale Zeit für einen Streamer online zu kommen. 1 Uhr morgens war ich nicht mal mehr live. Ich habe bis Mitternacht gestreamt von 8 Uhr abends. Und ich kam auch nicht um 1 Uhr morgens irgendwann live die letzten 3 Jahre. So eine Lügenpresse schon wieder. Wieso war der Part eigentlich mute? Weil ich mein Setup wieder geändert habe und vergessen habe das umzustellen. Äh, wie bist du zu Pokémon gekommen? Es ist eine sehr einzigartige Geschichte. Ich war 7 Jahre alt und eine verrückte Spielbutze genannt Game Freak hat sich dazu entschlossen ein Spiel zu veröffentlichen das da heißt Pokémon Rot und Blau. Und damals in 1998 konnte man diesem Spiel nicht aus dem Weg gehen, so wie heute, weil es zig andere Spiele gab. Gibt heute. Damals gab es nichts anderes. Also habe ich dieses Spiel gespielt. Aber ich glaube das ist eine sehr einzigartige Geschichte wie ich zu Pokémon kam. Ich glaube das ist niemandem passiert damals. Heute ist es ja fast schon, heute ist es ja eine Entscheidung, dass man Pokémon Fan wird. Damals gab es die Entscheidung nicht. Wenn du damals in dem Alter warst, wenn du 35 bist wie ich, dann hast du Pokémon gespielt damals. Ihr habt hoffentlich alle die ARD-Doku gesehen auf YouTube, die damals rauskamen zu Pokémon. So war das damals. Es gibt keinen 35-jährigen, der nicht die ersten 150 Pokémon kennt und nicht Pokémon gespielt hat. Was ist deine Lieblings-Shiny-Farbe? Hautfarben. Heute wird man kein Fan, sondern Kritiker. Genau. Du kennst doch in Capo die Höhle in Zone 0, wo man Eisenkrieger und Donnersichel fangen kann. Ähm, ja, aber es stimmt nicht so ganz, was du sagst, aber was ist deine Frage jetzt? Das ist nämlich nicht der einzige Ort, wo man die fangen kann. Was ist denn jetzt Grasmixer? Uh. Oh, okay. Nehme ich. Wie, Team Plasma, was ist mit dir? Damals wurde die Entscheidung vom Schicksal entschieden. Heute hat man die Pflicht, sich mit Pokémon zu beschäftigen. Genau. Es war keine Entscheidung. Ja, Dräger, ich weiß und es ist eine sowas von eine traurige Sache, dass Game Freak nie im DLC oder sonst wo halt sich darauf bezogen hat. Wobei doch, wir wissen doch jetzt, was diese Dreiecke bedeuten in der Höhle von Donnersichel. Ja, das waren einfach nur die Unheils-Pokémon, die Locations von den Unheils-Pokémon. Das war doch voll langweilig. Das könnte auf ein wertes Spiel hindeuten. Nein, tut's nicht. Werd nicht einer von denen, die immer diese Theorien raushauen. Nix ist, nix ist, Punkt. Nix deutet auf irgendwas hin, nix passiert. Die letzte Pokémon-Presence hat bewiesen, dass jeder nur Bullshit labert. Dass wir nicht wissen können, was als nächstes kommt. Alle haben gesagt, Yoto-Remake, alle haben gesagt, Black & White-Remakes. Was kam? Legends-Zahar. Alle haben doch keine Ahnung. Das ist okay. Wir lassen uns einfach überraschen. Ne, die sind zu viert, die können uns einfach verprügeln. Aber nein, sie setzen drei Kugma das ein. Mit deiner Geduld könntest du auch mal ein paar Soul-Spiele streamen. Was hältst du von denen? Äh, von denen halte ich sehr viel. Ich mag die Spiele sehr und ich habe auch schon viele davon gestreamt. Damals in den guten alten Zeiten. Ich habe zum Beispiel einen ganzen Stream lang versucht, unterlevelt gegen... Erzähle ich immer wieder, ne? Aber... Oh, du bist weiblich. Unterlevelt gegen... Äh, wie heißt der? Abyss, wie heißt der? Abyss-Watchers. Ich habe sechs Stunden gegen die Abyss-Watchers gekämpft und bin über 300 Mal gestorben gegen die. Und alle haben gesagt, ich soll gefälligst lieber den anderen Boss zuerst machen oder das leveln oder das Item holen und ich habe es extra so lang durchgezogen, bis ich es endlich geschafft habe, diesen dummen Abyss-Watcher zu besiegen. Ich sollte zurückgehen, glaube ich. Oh! Uh. Das sind Items? Jahrelange Aufgabe des Origin-Decks. Wenn man sich richtig ran hält, kann man den Origin-Decks von Anfang bis Ende in so zwei, drei Monaten machen. Wenn man das ganze Equipment hat und nichts anderes macht. Erstmal vorne Pokémon-Mod auszutesten. Nicht wirklich, weil die auf Egglish sind und sobald ich Englisch streame, beschweren sich immer alle. Ähm. Und ich mag Pokémon-Mods nicht so. Also es gibt ein paar echt coole, vor allem Fangames und sowas. Aber solange es kein Originalspiel ist, habe ich keinen Anreiz es zu spielen einfach, weil mein Anreiz ist, meine echte Collection an Pokémon zu erweitern und die zu bearbeiten und zu verbessern und so weiter. moddete Spiele sind halt kein Teil davon. Und moddete Spiele sind halt kein Teil davon. Ich glaube ein bisschen noch runter. Ich habe auf einer alten Cartridge einen Shiny bekommen, aber keinen Bank auf meinem neu gebrauchten 3DS. Ich bin voll überfordert damit, das irgendwie auf Form zu bekommen. Shiny Ho aus Dünner Abenteuer. Nice. Aber Kenny, äh, von welcher Cartridge redest du denn? Was heißt, du bist überfordert? Was heißt, du bist überfordert? Das ist ein Hauptspiel von Pokémon kommt, glaube ich, nicht mehr. Aber ich glaube, es wird schon noch ein Pokémon-Spiel kommen dieses Jahr. Aber natürlich kein Main-Game-Titel. Katetsu, ich habe keine Ahnung, was du meinst, was du vorhast. Mach doch mit deinen Wuffels, was du meinst. Pokémon Pinball wär cool. Pokémon Pinball war ein gutes Spiel. Vor allem der zweite Teil. Pokémon EX? Du hast einen Shiny auf Pokémon X? Hä? Moment, aber du hast Pokémon Bank. Oder hast du keinen Pokémon Bank? Pokémon X ist doch einfach verbunden mit Pokémon Bank. Ich dachte, weil du Cartridge gesagt hast. Aber ja, klar. DS-Spiele sind auch Cartridges. Bei mir ist Cartridge immer so ein fettes Ding. Nennt man Switch-Spiele noch Cartridges? Das sind doch... Wie sagt man dazu? SD-Karten? Ähm... Karten, oder? Ja, eher Karten. Von der Karte. Ja, das sind Cartridges, klar. Aber... Switch-Card. Hast du noch nie gehabt? Dann musst du deinen DS modden und dir Bank draufziehen und dann kannst du von Pokémon X dir das Shiny runterziehen auf dein Home. Und weh, du willst jetzt schon wieder kämpfen. Oh, jetzt kommt das dunkle hohe Gras. Kommt jetzt das Wackelgras, was ihr meintet? Was bringt es, wenn man Pech oder Glück mit den Sonderbarmons kauft? Dann bringt es Pech oder Glück? Wenn du nett bist, wünschst du mir Glück. Wenn du böse bist, wünschst du mir Pech. Hier ist noch ein Weibchen. Warum ist Pokémon X eigentlich Gen 6? Römisches X ist doch 10. Ach, und was ist Y? Was ist das für eine Logik? Was ist denn Y? Wie hast du den zweiten DLC von Cabo gefunden? Äh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also die, ne, die Performance war halt unter aller Sau, es ist eine Frechheit, dass sie... Ich habe so viel verwettet, dass die DLCs besser laufen werden, weil sie kleiner sein werden und sowas. Aber sie liefen einfach genauso schlecht, wenn nicht schlechter, was einfach unfassbar ist. Bei Schwert und Schild, da liefen auch die DLCs besser und sahen auch besser aus. Aber nicht in Cabo. Vom Modden genie ich mich ein bisschen. Aber anders ist das leider nicht mehr möglich heute, weil Pokémon Bank nicht mehr runterladbar ist. Es gibt wirklich keinen anderen Weg. Das Handykartenspiel könnte interessant werden, ja. Was war das? Zwei Packs am Tag kann man umsonst aufmachen? Nein, nicht Premierball. Oh mein Gott. Muss der anderen Bälle mal verkaufen. Kann man mich als Synchronsprecher buchen? Nee, weil ich bin kein Synchronsprecher. Aber danke, danke. Aber nur weil man eine schöne Stimme hat, ist man auch kein Synchronsprecher. Als Synchronsprecher muss man schauspielern können. Muss seine Stimme unter Kontrolle haben. Muss die Stimme verstellen können. Kann ich alles nicht. Ich rede einfach nur gechillt. Oh, zuletzt verwendest du das Item. Aha. Aha. Was hast du eigentlich in Spielstunden? Wo? Und bleibt denn das nicht drin? Oh Gott. Okay. Es fehlt mir die Taste, den Pokéball schnell zu schmeißen. In den einzelnen Gents. Soll ich jetzt die Spielstunden von einzelnen Gents mir überlegen? Keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen, dass ich in Legends Arcus, keine Ahnung, 600 habe. In BDSP 500. In Schwert und Schild 3000. In Kamsin und Purpur 700, 800. Keine Ahnung. Einen Rest weiß ich nicht. So, hier haben wir das zweite. Wir brauchen noch zwei männliche Dusselgoose. 06 e 07. 06. 07. Moment mal, ist das nicht wild hier? Zwei Pokémon in der Wildnis? Das geht. Gibt es den Pokémon nie Spitznamen? Nee. Ich finde es schrecklich, den Spitznamen zu geben. Aber jeder wie er mag. Ah, nur im hohen Gras. Ich kann zwei Pokémon angreifen. Cool. Ich sage gerade Schwertschild, wie kann man da 3000 Stunden rein investieren? Brüten. 80% meiner Shinies sind aus Schwert und Schild gebrütet. Wobei, nee. Stimmt nicht, kann man sich nur in Popo hat auch so viel. Keine Ahnung, ich... 40% alle meiner Shinies sind aus Schwert und Schild gebrütet. Ich finde es gut, dass du fast nie eigentlich nur bei Shinies, selbst dann nicht, herumschreist. Das nervt mich bei vielen anderen YouTubern. Man kann da auch übertreiben. Ich meine, ich finde, man merkt, wenn YouTuber sich wirklich freut. Oder wenn eine Person sich wirklich freut. Es gibt genug Shiny Hunter, die wirklich einfach... Ne, die freuen sich halt einfach. Aber es gibt auch ein paar, wo man einfach merkt, so... Moment mal, das ist... So, wenn du in Karmesin und Popo anfängst, aufzustehen und rumzurennen und zu schreien, dann denke ich mir, komm, das kann nicht sein, dass du das gerade ernst meinst. Das Ding, dieses Shiny läuft einem hinterher quasi, das kann nicht sein. Aber, es gibt bessere Klicks. Äh, kratzt Furie, wer will das eigentlich lernen? So, da mag... Nein, anstatt kratzen. Hallo, Eddy. Würdest du dich mal an deine Pokémon Naslog wagen? Ich habe schon öfter Naslogs gemacht. Ich bin einfach nicht so der Kämpfer. Ich mag Kämpfen nicht so gern. Und Naslog ist halt der Inbegriff von Kämpfen. Ich habe 4, 5 schon gemacht. Ich habe einen X gemacht. Ich habe Schwert und Schild. Ich mag lieber... Ähm, also ich mag Kämpfen einfach nicht so gern, weil ich nicht gut darin bin. Und ich habe keinen Anreiz, gut darin zu werden. Und wenn man nicht gut im Kämpfen ist, macht es keinen Spaß, finde ich. Ähm, deswegen, ich glaube, ich habe noch nie eine Naslog erfolgreich beendet. X war knapp. Bei X bin ich bei den Top 4 draufgegangen, glaube ich. Ähm, aber ich mache lieber Challenges, die einfach lustig sind. Wie zum Beispiel habe ich BDSP nur mit Dittus durchgespielt. Oder ich habe Schwert und Schild und Kamsin und Popo und nur mit einem Pokémon, das Metronom kann, durchgespielt. Das ist... Das finde ich ist lustig einfach, weil... Dafür muss ich nichts können. Das ist einfach so, gucken wir mal, was passiert. Das finde ich cooler, als ein Naslog zu machen. Ich glaube, ich brauche noch das eine Eliseber. Genau, in BDSP habe ich einmal einen Randomizer-Naslog gemacht. Die habe ich geschafft. Aber... Weißt du, da hat halt der Champ... Also, Cynthia hat einfach zwei Safcons. Also, das war halt so gerandomized, dass der Gegner wirklich alles haben konnte. Also, auch ein Safcon. Deswegen, die Naslog war unfassbar einfach. Die war einfach auch nur lustig, weil... Du gehst durchs Gras, auf einmal ist da einfach Mewtwo erschienen. Halt... Wirklich. Ich glaube, das Tackle bringt um. Wie bist du zum Stream gekommen? Danke, Alphacraut. Meine Zielgruppe allgemein halt... Es sind Leute in meinem Alter. Was man oft daran merkt, dass ich versuche, jedes Kind hier zu vergraulen. Meine Zielgruppe ist halt mein Alter. Und die Leute sind halt nicht so... Oh mein Gott, komm... Da bin ich zum Stream gekommen. Kurz gesagt, eines Tages hatte ich keinen Bock mehr auf meinen Job. Und dann habe ich gesagt, ich probiere streamen. Habe meinen Job gekündigt. Habe angefangen zu streamen. 2019 war das. 1.1.2019. Und habe gestreamt. Bin dann in einem Gebiet recht erfolgreich geworden. Hatte dann aber keinen Bock mehr, das weiterzumachen. Habe wiederum da alles hingeschmissen. Und habe vor zwei Jahren oder so angefangen, ernsthaft nur Pokémon-Content zu machen. Ich bin 12. Dann muss ich dich jetzt bannen, wenn du das ernst meinst. Und du bist ziemlich dumm. Und der Grund, warum ich sage, dass ich keine Kinder mag. Weil wie kannst du sagen, dass du 12 bist? Wie kannst du das sagen? Sei nicht stolz darauf, dass du 12 bist. Vor allem wenn ich 35 bin. Ich bin mehr als doppelt so alt wie du. Wenn es stimmt. Ey, why? Weil es nicht erlaubt ist, dass du hier bist mit 12. Also überlebe es dir nochmal. Bist du wirklich 12? Ich wurde noch nicht vergrollt. Wie kannst du die Wahrheit sagen? Wie viele Pokémon hast du schon? Weiß ich nicht. Nicht viele. Wann ist Twitch nochmal? Das sagen wir jetzt nicht. Steppens, nein. Nicht sagen. Bin 27, darf ich hier sein? Knapp. Bist du ein männliches Dusselgur? Nein. Ich bin 12 plus 13 Monate. Mariko, ich meine es ernst. Warum seid ihr so dumm? Hört auf so dumm zu sein. Warum versteht ihr nicht, was ich sagen will? Wenn Twitch bannt Accounts, in denen steht, ich bin 12. Ich kann dann nichts dagegen tun, wenn ihr von Twitch gebannt werdet. Warum versucht ihr dauernd Witze darüber machen, wenn ich das ernst meine? Ihr werdet gebannt, wenn ihr es schreibt. Auch wenn es nicht stimmt. Ich bin 12. Ich bin 10. Ich bin 11. Ich bin 2012 geboren. Banin. 12 plus 12 ist 24. Banin. Komm. Ich kann nicht mehr Chancen geben. Es geht nicht. Ich kann nicht mehr Chancen geben. Aber da steht auch bloß 13 Monate. Ach, glaubst du, dass der Switch das richtig ausrechnet und sagt, ach so, das war ein Witz, weil da steht 13 Monate. Ich bin 32 und die rote Edition war auch meine erste. Blau ist besser. Ich wurde nicht gefragt, ob ich Pokémon spielen wollte. Ganz genau. Wir wurden damals nicht gefragt. Man streamst so, jetzt gerade. Was? 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 Ich bin am Verrecken wegen einem Dusselgur. Nein, Dreißchen habe durch dich wieder zurück zu den Spielen gefunden. Herzliches Dankeschön dafür. Frischi, gerne. Geradevorgang stärkt. Mein Eliseo hat keine Elektroattacke. Das ist nicht gut. Ich streame Montag bis Freitag 16 Uhr. Was hast du vorher gearbeitet? Ich bin Art Director in der Werbung gewesen. Ich habe für Kunden wie McDonald's, Bosch, Vortex und so weiter Werbung gemacht. Auf Patreon habe ich mehrere Stunden hochgeladen, wo ich im Detail darüber rede, was ich gemacht habe, wie meine Jobs aussahen, wo ich in der Welt gereist bin und was ich da gemacht habe. Ich bin 16. Ich bin 16. Hört auf, euer Scheißalter zu sagen. Es interessiert mich nicht. Vor allem, wenn ihr unter 25 seid, ungefähr. Äh, bin 11. Okay. Bun, Gerd. Ich glaube, ich habe es deutlich genug gesagt, dass ich da keinen Spaß verstehe. Bert, Gerd, weg. Was mir um 25 ist. Dann bist du gerade erwachsen geworden, ja. Warum kämpfe ich weiter? Ich bin so am Arsch. Ich bin alles, es ist tot bei mir. Gelb war meine erste Absie damals zufällig mit dem durchsichtigen lila Gameboy in einer Schublade meiner Eltern gefunden. Hoffentlich nur den lila Gameboy. Was? Die ist mit den blauen Augen. Das wird schlecht. Ich bin noch nicht lange bei dir. Schau, was für blaue Augen die hat. Hallo, Terminator. Danny, ist doch nicht schlimm, dass du nicht lange da bist. Das ist eine Brille. Das ist ein blauer Augen. Viele Pokémon fehlen die aktuellen Gen 5 noch. Wir haben heute erst angefangen, ich weiß es nicht. Ich habe nicht mal 10 Pokémon, glaube ich. Ich schaffe nicht mal diesen Kampf jetzt. Die hat blaue Augen. Warum bringen die einfach ein Kindchen in das Spiel, das blaue Augen hat? Was ist das für eine harte Background-Geschichte, die die hat? Deswegen sind wir hier und nicht auf YouTube. Wenn Gerd echt erhilft, ist, haben sie seine Elternhumor. Das ist so ein passive-aggressive, so ein gemeiner Stich gegen Gerd. Warte mal, was bist du eigentlich? Der ist doch sicher Flug-Psycho, oder? Ich mache mal Schlecker. Hat sie nur ein Fleck 0, dann schaffe ich es. Oh, come on. Nein. Warum hat Gewissheit Hände? Okay. Hat sie noch was? Ey. Immer noch unbesiegt gehen wir durchs Spiel. Lurky, du bist dein Isso. Und der Game-Boss, du bist dein Knarbon. Wir haben gestern eine geile Serie angefangen, die ihr bestimmt schon kennt. Netflix's Three-Body-Problem. Hat die einen deutschen Namen? Drei Körperproblem. Drei Leichenproblem? Drei, keine Ahnung. Sieht sehr interessant aus. Wir haben erst die erste Folge gesehen. Three-Body-Problem. Sieht sehr, sehr crazy aus. Da habe ich mehrere Probleme. Weil du drei Leichen hast, was? Drarat, du bist ein Lumi-Spross. Nee. Nee. Wer ist das nochmal? Lamella. Nee. Lumi-Spross ist doch das Neue. Äh. Irgendwas mit Lamellen. Stimmt, wollte ich auch anfangen. Ist sehr gut. Sehr hart. Sehr hart. Sehr brutal. Aber gut. Shogun ist zu empfehlen. Oh, und wir waren gestern im Kino. Lame Lux, genau. Wir waren gestern im Kino und haben endlich Dune 2 angeschaut. Och, epic. Hinter uns saßen Kinder. Die waren zum Glück komplett ruhig. Scheiß Kinder. Die waren noch jünger als, äh, wie hieß er? Greg? Nee, was? Die waren noch jünger als Gerd. Vom Aussehen her. Bubungus. Und, das dachte ich mir zwischendrin beim Film so, boah, ist schon hart. Also jetzt so mit 10 hier drin sitzen und sich das anschauen, wie Messer in die Bauchgegend und hier über den Hals, dann sitzen einfach die Eltern mit zwei 10-jährigen Kindern, 8-jährigen, 9-jährigen Kindern da hinten. Dann denke ich mir, okay. Mutig. Aber Dune 2 war bombastisch. Zuerst dachte ich, na, der erste Teil gefällt mir besser. Aber dann kamen sie auf den Würmen angeritten. Dann kamen sie auf den Würmen, Würmern? Dann kamen sie auf den Würmern angeritten. Und, dann war ich überzeugt, dass es einfach nur episch ist. Wenn ich ins Kino gehe, redet gefühlt der halbe Saal Kinder und Erwachsene, dann sollst du nicht in Kinderfilme gehen. Nee, ähm, hatte ich, habe ich selten in meinem Leben gehabt, dass Leute während Filmen reden. Manchmal so ein Flüstern hier und da von der Ecke oder sowas. Wenn, dann habe ich Leute, die, Andy, du bist ein... Ähm, ein Dedenne. Dann habe ich Leute, die irgendwie ständig gegen den, gegen den Sitz von einem hinten so treten. Oder, ja, manchmal so flüstern von hinten. Ach, das habe ich schon verdrängt. Letztes Mal habe ich schon so oft erzählt, aber ich finde es immer noch lustig. Letztes Mal bei, bei Oppenheimer saßen zwei neben uns, die ein komplettes 5-Sterne-Menü aufgetischt haben im Kino. Die haben kompletten Burger mit Pommes, äh, Vorspeise, Chicken Wings. Die haben komplettes so 5000 Kalorien Abendessen einfach mit ins Kino genommen. Und dann haben das da gegessen während Oppenheimer. Ich denke, okay, ich verstehe, dass wenn der Film zu einer gewissen Zeit kommt, dass man dann Hunger hat, aber dann isst man halt davor oder danach. Und Popcorn, Popcorn, Chips, was auch immer, okay. Aber du kannst ja nicht mit einem kompletten Abendmahl ins Kino kommen. Davide, du bist ein Trassler. Männliches Dusselgur, endlich. Deswegen mache ich Kino nicht so gern. Ich gehe auch nicht immer ins Kino. Ich gehe nur ins Kino, wenn es echt ein Film ist, der fürs Kino gemacht ist. Und Dune und, und, ähm, Oppenheimer sind einfach fürs Kino gemacht. Die will ich nicht auf dem Fernseher sehen, weil das wäre dem Film nicht gerecht. Das ist, die Hälfte, die Hälfte von dem Genuss kommt von diesem krassen Bild vor dir einfach. Das war bei Dune auch schon wieder so unfassbar. Einfach, was heute technisch möglich ist, auf eine Kinoleinwand zu bringen. Das sieht so abnormal krass gut aus. Was ist deine Meinung zu Animal Crossing New Horizon? Es stört mich, dass die Abkürzung AC ist, weil ich immer denke, Leute reden von Assassin's Creed. Das ist meine Meinung zu Animal Crossing. Genau, kurz davor. Aber bei manchen Filmen habe ich dann Angst, gespoilert zu werden durchs Internet. Und deswegen will ich so schnell es geht. Aber bei Dune war ich jetzt auch zwei Wochen zu spät oder sowas. Und es war halt nicht voll, aber so die Traube in der Mitte war natürlich voll. Hä? Ach, das ist ein Trainerkampf? What the fuck? Krieg ich den Ball wenigstens wieder? Oh nein. Ach Leo. Was spielst du noch für Spiele außer Pokémon? Ich spiele buchstäblich alles außer Sportspiele. Du kannst ausrufezeichen, wenn du auf Twitch bist, ausrufezeichen PS Games, PS Games machen. Da siehst du die Liste an allen Playstation Spielen, die ich habe. Und da siehst du, das ist einfach alles, was existiert. Äh, Kiesling, warte. Dusselgoat? Das werden wir noch sehen. Ob unser Dusselgoor im Team bleibt. Wirst du noch Baldur's Gate 3 spielen? Irgendwann, wenn ich in Rente bin. Wo ist Stefan? 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 Ich glaube, da habe ich irgendeine Version auf der Playstation. Sonic Route 3, Sonic. Ciao, Dräger. Bye, bye. Spielt deine Frau auch? Nicht meine Frau. Äh, ja, sie spielt nicht so viel. Manchmal, manchmal, ähm, sowas wie Animal Crossing oder Sims oder, ja, halt solche Spiele. Das neue Horizon soll einen guten Port bekommen haben. Horizon Zero Dawn. Ja. Dragon Quest Builders, genau. Was ist hier, was gehen hier für, für Eisenbahnschienen durch die Stadt? Die einfach anfangen. Ist das Arena? Ah, Arena. Trauen wir uns schon? Ewigen Wald? Gut. Da unten war auch noch eine Straße. Ich will zur Route 4 und einen Pico-Chiller. Okay, was ist das Wissen hier? Okay. Dann gehen wir in die Arena. Halt, zuerst geben wir all unser Geld aus. Für Pokepille. Wir brauchen keine Tränke, oder? Nein. Ist egal, wenn man den Spirit Can einsetzt. Hab 13 vor Einsätzen und 19 danach gemacht. Da ist Kripuk. Nice. Gut zu wissen. Ja, nein, hätte ich verkaufen sollen. Oh nein, es ist N. Mein Anliegen ist es, Dinge zu sehen, die anderen Leuten verborgen bleiben. Ich möchte die Wünsche der Pok- Entschuldigung. Ich möchte die Wünsche der Pokémon in ihren Pokébellen sehen. Ich will den wahren Sinn des Trainer-Daseins erkennen. Und ich will eine Zukunft sehen, in der die Pokémon glücklich und zufrieden sind. Diesen Wunsch teilst du doch mit mir, oder? Nein. Hm. Vor dir hätte ich mir eigentlich eine Antwort an eine andere Antwort erhofft. Erlaube mir und meinen Freunden, dich zu prüfen und dir einen Einblick in eine solche Zukunft ermöglichen. Planst du eigentlich schon vorab, welches Gen-5-Team du für den Fang des Origin-Decks 5 verwenden wirst? Oder entscheidest du immer spontan im Run über dein Team? Da Pokémon-Spiele nicht sehr schwer sind, nehme ich einfach immer die Pokémon, die mir entgegenkommen. Also, ihr könnt mir gerne Vorschläge machen, wo ich irgendwie länger nach einem Pokémon suchen soll. Aber im Moment ist das die Pokémon, die ich fange, sind halt einfach mein Team. Und dann, wenn ich irgendwo vielleicht nicht weiterkomme, gucke ich, ob ich mein Team ändern muss. Aber ehrlich gesagt, ich denke mal, bei Gen-5 ist es ein bisschen schwieriger, aber bis Gen-4 brauchst du nur deinen Starter-Pokémon und mit dem Starter kannst du das Spiel durchspielen. Mir geht's nicht, ich bin da so ein bisschen anders als manche Pokémon-Spieler, ich habe keine emotionale Bindung zu meinen Pokémon. Es ist vollkommen egal. Ich will einfach nur das Spiel durchspielen und das geht am schnellsten, wenn man einfach den Starter maximal trainiert und damit durchrennt. Aber ich werde hier und da, ich weiß nicht, ich werde mir sicher noch einen Pico-Chiller holen und einen, ja, ansonsten habe ich schon. Ich meine, ich will auch nicht wirklich, äh, die Katze will ich eigentlich auch nicht wirklich. Oh, ein Schall-Cup, Schall-Cup wäre cool, aber ich habe schon, ich habe schon meinen Wasseraffen. Mal gucken, einfach, was mir über den Weg läuft. Ich plane nur voraus im Sinne von halt, welche Edition brauche ich, welches Equipment brauche ich. Und dann spielen wir durch. Es kristallisiert sich alles von alleine raus. Ist Gen 4 von Cynthia Hart den Popo versohlen lassen? Ja. Habe ich jetzt hier auch geschafft, nur mit meinem Panferno. Mag die bei all Follern hier, äh, Widget spinnen. Fidget spinnen. Ja, Zapflerang ist geil. Kriegen wir Zapflerang relativ schnell? Zebritz kann ich austauschen gegen Zapflerang. Aber dann ist das auch Wasserelektro. Dann brauche ich, naja. Doch, Zebritz, ich, ich, Zapflerang ist richtig geil. Aber das kriegen wir bestimmt erst, kann man das angeln? Wenn es irgendwo Loser, ähm, nicht Loserdin, Zapflerdin, wenn es irgendwo Zapflerdin gibt. Ich hole mir das sofort. Elektro-Höhle. Elektro-Höhle. Zekrom, das legendäre Pokémon, das einst zusammen mit den Helden die Einhal-Region gründete. Ich selbst werde zum Helden aufsteigen und wir beide werden Freunde sein. Cringe. Zapflerang ist mega geil. Ja, ich will schon coole Pokémon im Team haben. Ich habe das Gefühl, bis ich die coolen Pokémon fangen kann, habe ich das Spiel schon durchgespielt. Alpha-Kraut hast du mal quasi 100% gemacht in Pokémon Gelb. Das ist eines der wenigen Spiele, die ich bei Retro-Achievements auf 100% habe. Kannst du auch gucken, äh, Ausruhezeichen, RA, glaube ich. Aber auf Twitch, nicht auf YouTube. Äh, oder Retro-Achievements einfach und dann Pokémon Gelb eingeben. Oder Pokémon Yellow Retro-Achievements googeln. Das ist aber keine Arena, was? Das ist ein Dragoran. Ach, Leo. Da hat Dragoran noch sein Ding da oben. Das ist ja zum Beispiel dieses Skelett hier. Als es am Himmel seine Kreise zog und die Welt bereiste, muss es wohl irgendwann ein Unglück gehabt haben. Und so ist es dann über die Zeit zu einem Fossil geworden. Dieser Stein ist die Wucht. Der trägt sicher irgendeine Energie aus dem Weltraum in sich. Deoxys! Das hier ist einfach nur ein gewöhnlicher alter Stein. Auch wenn er irgendwo in der Wüste gefunden wurde, ist und bleibt er einfach nur alt und wohl auch wertlos. Wir stellen ihn hier nur deshalb aus, weil er so wunderschön ist. Hm, was ist das für ein Stein? Ist wieder einer mit blauen Augen. Da ist die Pokémon Arena. Ach, das ist hinter dem Museum. Okay. Weil Pokémon Gelb ist tatsächlich sackenschwer auf 100% zu kriegen wegen Pikachu. Also nicht sackenschwer, aber man unterschätzt es. Pikachu hat irgendwie an die 50 verschiedenen Emotionen, die es dir zeigen kann. Und die musst du alle einmal anschauen. Und das ist crazy, was man manchmal machen muss, um Pikachu eine Emotion zu entlocken. Gestatten Pokémon. Ich muss Bücher finden. Bye, Jay. Es ist nicht Retro Achievements, es ist Retro A. Und nein, warum hätte es schon bei Retro entdecken sollen? Was ist auch der Sinn davon? Ich habe gestern 4.000 Suicune Encounter erreicht. Geil. Halbe Miete. Meinte Pikachu auf Level 100 die Edition auf 100% zu bekommen, habe ich mal versucht, aber bin gescheitert. Und allein die Minigames in die Emotionen sind halt ein Stück Arbeit. Schau lieber Videos davon. Ah, okay. Irgendwann, wenn ich mit dem Origin Dex fertig bin und mit einer Ribbon, ein Ribbon Master gemacht habe, will ich Retro Achievements von Pokémon Spielen machen. Das ist nämlich auch verdammt interessant. So, kann ich jetzt da hoch? Kinderbücher. Pokémon Gebäck. Nein. Er hat was anderes gesagt. Er hat irgendwie gesagt, haha, ist das erste Buch. Gestatten Pokémon. Möchtest du das Buch kurz... Warte mal, was hast du gesagt? Gestatten Pokémon, oder? Gestatten Pokémon. Also das ist das erste. Ein Märchen, das von einem Jungen handelt, der zum ersten Mal in seinem Leben einem Pokémon begegnet. Sein Begleiter war fortan ein kleines, braunes Pokémon. Liebe Pokémon Trainer, hier schreibt Arena Dranalo, ich habe hier in der Bibliothek vier Zettel mit kleinen Rätseln versteckt. Wem es gelingt, diese Rätsel zu lösen, den werden die letzten Endes direkt zu mir führen. Was war das erste Pokémon, dem du hier in der Arena begegnet bist? Das Buch mit der Lösung steht in einem Regal der mittleren Reihe. Ja, Nagelotz halt. Wenn im Inneren Flammen lodern, quillt aus dem Kopf viel Rauch. Wenn im Inneren Flammen lodern, quillt aus dem Kopf viel Rauch. Jep, 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 lokomotiven, jep, 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 jep. Bye Megumina. Und kämpfen. Weißt du schon, wie du einen Miloetta im Killdio kommen wirst? DNS Glitch. Ganz einfach. Einfach mit dem Server verbinden und runterladen. Genauso. Alle mystischen Pokémon sind im... Sind im Wunder... Sind in den Geheimgeschehen drin. Ist leider nichts Besonderes. Es gibt aber auch keine andere Möglichkeit, sie zu kriegen. Denkst du, dass du alle Pokémon im Origin-Decks hast, bevor eine neue Gen kommt? Selbstverständlich. Dieses Jahr machen wir das fertig. Beziehungsweise, ich mach's soweit fertig, dass es geht. Äh, zum Beispiel, Quaff-Waff ist quasi unmöglich. Ich hab mir schon gedacht, irgendwie einen Sponsor zu holen. Und der Sponsor soll mir einen Flug nach Ägypten zahlen. Und dann hast du trotzdem das Problem... Ne, ich muss ja das Quaff-Waff nicht in Ägypten fangen. Ich muss es nur entwickeln in Ägypten. Und dann irgendwie bin ich zwei Stunden am Flughafen in Ägypten, entwickle mein... Entwickel mein Quaff-Waff und flieg wieder zurück. Das gleiche dann noch einmal für Amerika und so weiter. Kommst du noch mal nach Deutschland, dann lade ich dir die Pokémon rüber. Hab die Event-Cartridges. Ich hab die doch auch alle. Was meinst du? Ich hab doch gerade gesagt, dass ich die alle habe. Aber danke. Aber ich komm nie wieder nach Deutschland. Egelsamen. Ah, vielleicht. Gänzt auch mal was anderes als schwache Pflanzen-Attacken. Janna ist bei 2200 Pan-Flammen Gen 4. Viel Erfolg. Wieso musst du nach Ägypten? Oder eine Quaffa-Form nur in Ägypten sich entwickelt. Eine nur in Frankreich. Eine nur in Japan. Die habe ich aber. Eine nur in Amerika. Und zwei nur in Europa. Was? Muss das richtig gewesen sein? Echt super, dass du diesen Zeilen gefunden hast. Da hat dich wohl der Eiergeiz gepackt was. Dann folgt hiermit nun das dritte Rätsel. Erst köcheln, dann backen. Ei, das wird schmecken. Pokémon-Gebäck. Kann ich das ein bisschen schwerer machen. Was ist denn mit Schummel-Softwaren Go, wo du einfach nach Ägypten läufst? Das ist Schummeln. Und die Gefahr, dass du gebannt wirst von Pokémon Go, ist so riesig. Von diesem Regal aus zwei nach hinten. Und eins nach links, zwei nach vorn. Was? Von diesem Regal aus zwei nach hinten. Eins nach links und zwei nach vorn. Eins nach rechts und eins nach hinten. Ich weiß, wo mich das hinführt. Genau dahin. Zum letzten, was noch da ist. Viel Spaß beim Origin-Dex Gen 6. Ja, man kann aber auch sagen, es zählt nicht, weil die Quaffa vorm neuen Go vorkommt und Go stinkt. Hast du das mitbekommen mit dem Typen, der Level 50 als erstes ein Go erreicht hat? Ja, aber das ist schon ein paar Monate her, glaube ich. Das ist krass, weil ich bin jetzt fast Level 41 und das hat, glaube ich, über zwei Jahre gedauert an casual, casual Pokémon Go spielen. Einfach ein Level. Hallo Lightning. Dein Handy per Post nach Ägypten schicken und noch nie wiederbekommen? Ich meine, man könnte tatsächlich solche Deals machen, dass man halt seinen Account an jemanden gibt, dem man sehr vertraut, der gerade in Ägypten ist. Der macht dort auf und entwickelt. Was hat dir bisher mehr Spaß gemacht, der Origin-Dex oder deine Shiny-Challenges? Der Origin-Dex. Die Shiny-Challenges waren ja in... Waren ja nur in Spielen, die sehr einfach sind. Also war ja nur in Kamesin und Popo und das ist nicht schwierig. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber klar, Origin-Dex macht viel mehr Spaß. Ja, einfach da jemanden einloggen lassen. Ja, aber find mal jemanden, der sich da einfach für dich einloggt und dich nicht übers Ohr haut dann und einfach den Account, das Passwort ändert. Ist ja auch noch dein Google-Account. Der hat ja dann alles. Einfach spoofen, wie gesagt, das mach ich nicht. Tadaa! Du bist nach Ägypten ausgewandert? Was? Wie sind wir jetzt da gelandet? Du bist nach Ägypten ausgewandert? Okay, die ist traurig, hier unten die ganze Zeit zu sein. Nein, ich bin vor vier Jahren nach Irland ausgewandert. Und um eine bestimmte Quaffa-Form zu bekommen, ein Gen-6-Pokémon, muss man es in Ägypten entwickeln. Aber es gibt auch eins, was wir in Japan, zwei in Japan, ich glaube eins ist Äquator und eins ist Japan oder eins ist Asien und eins ist Japan. Da gibt es zwei in Europa, eins in Frankreich und da gibt es eins in Amerika. Neuen Account erstellen, nach Ägypten schicken, dann... Ja. Äh, ich hätte mich davor heilen sollen. Und ich schaff's trotzdem. Ja. Das sind Frankreich, hab ich ja auch. Äh, okay, das wird mein erster Tod sein. Welche Gen hat dir am meisten Spaß gemacht? Gen-3. Okay. Also die hat normale Pokémon. Der Typ am Eingang hat gesagt, man soll in den Wald gehen und Kampf-Pokémon fangen. Eben, ich will's ja selber machen. Ich will ja... Ich will das Quaffa-Form selber entwickeln. Und nicht jemand anderen das machen lassen. Hab ich grad versucht zu pflichten. Glaubst du, das ist kaum ein Spiel mit deutscher Kultur? Nein. Tatsächlich glaub ich nicht. Obwohl Japaner Deutschland lieben. Ich glaub nicht. Schwarz und weiß ist das schwerste von allen Pokémon-Spielen, glaub ich. Also, sagen alle. Aber... Also, mein Evo-Serb könnte es vielleicht schaffen, aber ich glaub nicht. Ne. Dann müssen wir wohl jetzt in den Wald gehen. Ähm... Ja. Wahrscheinlich wird man in Legends-Zar die Quaffa-Forms ändern können. Oh, das ist ja das letzte nächstes Jahr und ich will dieses Jahr fertig werden. Bist du eigentlich aktuell eigentlich... Äh... Bist du aktuell eigentlich ab und zu in Deutschland? Äh... Ich war letztens in Köln und in Berlin. Jetzt bin ich eine Zeit lang nicht. Das nächste Mal, dass ich wahrscheinlich in Deutschland bin, ist Juni. Weil ich da... Ähm... Mit... Mit Freunden nach Italien fahr. Das ist grad'n Kampf, oder? Warum weiß ich immer nie, ob ich grad in den Kampf bin oder nicht? Das ist ein Kampf. Das sind zwei Bälle. Okay, das ist ein Kampf. Aber dasselbe mit dem Origin-Decks. Gemacht wie du. Bin mit allen Gents durch. Warte nur noch auf deine Videos, wie man die einen Mysteriösen bekommt. Ich kann dir nix mehr geben. Ich hab alles gegeben, was Mysteriöse anbelangt. Du brauchst auf nix mehr warten, Mazda. Was meinst du denn? Da bist du nur enttäuscht, weil es gibt nix mehr. Vielleicht findest du ja ein paar italienische Games, die sind meistens günstiger als deutsch oder englische. Oh, dann sind die auf italienisch. Das ist ja bei Pokémon immer das Problem. Zumindest damals war das das Problem. Mit ab Gen 6 ist es egal, oder? Ab Gen 6 ist es egal. Da kann man die Sprache einstellen. Lernen italienisch. Darum geht's. Das ist ja eher Herkunftsort vom Pokémon. Muss doch deutsch sein bei mir. Denkst du, wir könnten die Quaffa-Form bekommen auf Home-Mid-Legends-Set? Zah. Legends-Zah. Äh, ja. Ich glaub schon, dass wir es machen werden. Vielleicht werden wir sogar neue Schnitte bekommen. Vergangenheits- oder Zukunftsschnitt oder sowas. Kannst du bei den Attacken-Animationen zurückbleiben? Für meinen Geschmack dauern die immer ewig lang. Äh, weiß nicht. Ich hab das Gefühl, manchmal euer Anspruch an Geduld ist sehr... Oder euer Anspruch, euer... Eure Messlatte an Geduld ist sehr gering. Ich fände, ich bin ganz normal. Ich bin eigentlich eher sogar ein Mensch, der oft nicht sehr geduldig ist. Im Straßenverkehr bin ich super ungeduldig. Ja, aber warum soll ich denn von den Attacken jetzt ungeduldig werden? Ich meine, ich könnte sie ausstellen. Aber das ist dann nicht mehr das Erlebnis. Wir brauchen doch das Originalerlebnis von damals. Ich check jetzt erst, dass ihr von Quaffaff redet. Das wüsste ich jetzt gern. Wie hat sich das Gespräch angehört, wenn man nicht weiß, was Quaffaff ist? Ah, dann muss ich nach Ägypten und dort eine Frisur mir machen lassen. Welches Gen 7 bis 9 Mann würdest du dir eine neue Mega-Entwicklung wünschen? Ah, letztens hat jemand was Gutes gesagt. Achso, Libeldra vermuten ja viele, dass es kommen wird, weil es ja so, weil es da Leaks gab, dass es hätte existieren sollen. Zedraking. Zedraking. Aber ich habe das Gefühl, wenn man Zedraking vermegafiziert, dann sieht es einfach aus wie Tandrak. Ne, Zedraking. Das sind aber die Lieblings-Pokémon, die man dann aufzählt. Mein Zedraking braucht eins. Ditto könnte lustig sein. Wie würde eine Ditto-Mega-Entwicklung aussehen? Einfach Ditto nur als Spikes. Das macht keinen Sinn. Was ist ein Mega-Ditto? Rosanna? Uff. Ich glaube, Rosanna werden sie nie wieder anfassen. Zedraking wäre elf von zehn. Oh, Zedraking ist schon perfekt. Was Perfekteres noch perfekter machen, dann implodiert das Universum. Das können sie nicht machen. Ein pinkes Arceus. Es gibt es ja quasi, wenn... Achso. Achso. Ditto meinst du als Arceus dann. Bin ich hier schon in diesem Wald? Okay, was gibt es hier? Neue Evo-Entwicklung wäre nice. Mega-Evoli. Mega-Vili. 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 Deshalb gibt es Shiny Zedraking, um es wieder ins Gleichgewicht zu kriegen. Dem geilsten Pokémon hässliches Shiny-Game. Ja, verdammt. Okay, ich glaube, das ist das letzte männliche Dossel-Gur. Wenn Ditto sich mega entwickelt, wird es zu einem Spiegel. Mega-Bedifas. Potrott. So wie wir Dummiesel gekriegt haben, brauchen wir jetzt Potrott. Shuckles. Wir brauchen ein Mega-Shuckles oder eine Entwicklung von Shuckles. Und eine, die genauso dumm aussieht wie Dummiesel. Einfach so noch dümmer. Großartig. Potrott. Ich bin für Potrott. Wann haben wir das letzte Mal Potrott überhaupt in dem Spiel gehabt? BDSP. Es ist nicht in Schwert und Schild. Es ist nicht in Karmesin und Purpur. Es ist nicht in Let's Go. Es ist echt nur in BDSP. Potrott. Potrott ist unterrepräsentiert. Oh. Oha. Caradonis läuft hier einfach um. Level 12. Das könnte auf jeden Fall gut sein gegen die Arena-Leiterin. Ein Caradonis. Ich glaube, die können nur männlich sein, oder? Qualium, du bist ein... Ach Gott, als ob ich wüsste, wie das heißt. Ein zusammengeschustertes Fossil. Welche Ideen hättest du für Pokémon-Designs? Keine. Ich habe eine sehr... Wie sagt man? Eine sehr seltsame Meinung, was Fan-Designs von Pokémon-Fans anbelangt. Ich bin oft immer total umgehauen natürlich von Pokémon-Designs, die Fans machen. Und ich mir denke, wow, das könnte echt ein Pokémon sein. So krass. Und auch das Künstlerische, wie gut die das zeichnen und sowas. Krass. Aber ich denke mir jedes Mal, toll. Jetzt kriegen wir das nie. Jetzt kann Game Freak, jetzt kann Pokémon dieses Design nicht mehr machen. Weil die das niemals aus ihrem Stolz heraus würden sie keines von jemand anderem nehmen. Sie würden die auch niemals fragen, ob sie das nehmen dürfen. Und jedes Design, was ich sehe und geil aussieht, denke ich mir, toll, jetzt kriegen wir das niemals in Wirklichkeit. Vielleicht ist es auch Quatsch. Natürlich 90% der Sachen fällt Game Freak gar nicht auf. Aber irgendwie denke ich mir das jedes Mal. Das denke ich mir auch. Glaubt ihr wirklich, dass das Game Freak die dann so fragen würde, hey, dürfen wir das benutzen? Weil sie müssten, glaube ich, fragen. Weil das Copyright gehört dem, der es zeichnet. Vor allem, wenn es keinem bisherigen Pokémon ähnlich sieht. War nicht der Delfin aus Gen 9 Fanart? Echt? Ich weiß, warte mal. Das ist ein Kampf, oder? Ja, das ist ein Kampf. Genau, es gab so viele epische Designs von Dumiesel. Wie es so einen weißen Drachen wird und sowas. Und was kriegen wir? Ne, ich feiere Dumiesel. Ich finde, es sieht geil aus. Richtig schön Double Down. Es sieht dumm aus. Es bleibt dumm. Dumiesel ist großartig. Und das können sie mit Potraut auch machen. Mortybot ist dort zustande gekommen. Der wurde als Designer dann engagiert. Es gibt diesen berühmten Designer, diesen einzigen Amerikaner, der Pokémon designt. Offiziell nicht mehr, aber für Gen 7 und Gen 8 hat er Pokémon designt. Ähm, das war so ein Amerikaner. Welches Pokémon hast du am meisten? Pantymos. Pantymos ist schrecklich. Popotrott. Wir nennen es dann Popotrott. Popterrott. Potrottott. Potrottott. Potrott gibt's in Schwert und Schild? Echt? Na, was? Potrott gibt's in Schwert und Schild? Sicher? Ich glaub dir. Potrott gibt's in Schwert und Schild? Ja? Ja? Okay, okay, okay. Verdammt. Echt? Pot, pot. Hast du nicht mal erzählt, dass es in einer Gen nicht zu viele Pokémon geben darf? Was? Ich versteh nicht, warum Leute... Also, man kann's schon nachvollziehen. Ich find's nicht schlimm, dass es nicht mehr alle gibt in einem Spiel. Ich find's einfach nicht schlimm, weil ich find, wenn's am Ende 600, 700 sind, reicht das. Und das macht ja auch so... Ich find's ja ganz cool, dass man sagt, okay, die gibt's in dem Spiel, das gibt's in dem Spiel, das kann man kombinieren, transferieren. Dieses Transferieren und dieses System, was Pokémon geschaffen hat, ist einfach cool, da hin und her zu tauschen, zu transferieren. Und deswegen find ich's auch irgendwie gut. Ich find's nicht schlimm, dass es nicht alle Monst gibt in einem Spiel. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich 1000, äh, 1025 Pokémon in einem Spiel fangen muss. Das ist einfach auch zu viel inzwischen. Ich wär' ja sogar dafür, wenn sie irgendwann sagen würden, stopp, wir machen ein neues Universum aus, aus, also Gen 10 gibt's noch, dann sind wir bei 1100 Pokémon. Oder 1111, das wär krass, 1111, das werden sie alles nicht machen, das sind immer wieder diese Wunschvorstellungen. Wir sind bei 1111, dann mit Gen 11 fangen sie ein neues Universum an, alle Pokémon werden gelöscht. Wenn du die alten Pokémon willst, musst du die alten 1 bis 10 Gens spielen. Und Gen 11 beginnt eine neue Welt mit neuen Pokémon. Nie wieder alte. Anlehnungen, Formen, die erinnern vielleicht an alte und sowas, aber alles ist neu. Irgendwann müssen sie sowas machen. Marvel macht das auch, weil du kannst nicht ewig weitermachen. Aber wahrscheinlich können sie's, wahrscheinlich machen sie's. Es gibt ja ein Spiel für alle, Home, genau. Home, wo ich auch über 100 Stunden Spielzeit habe, wie auch immer das geht. Kann man die Skins für unten, das Radar über den DNS-Glitch auch bekommen? Weiß ich nicht, DNS-Glitch ist halt quasi, dass du die Geheimgeschehen heute noch benutzt. Wenn die darüber verteilt wurden, dann geht's. Ich weiß nicht, woher man die gekriegt hat. Ist das hier gerade ein... Nein, das ist ein Trainer-Kampf. Ah, Toxipad ist noch cool, Rollum ist okay. Und dann... Letzte Entwicklung... Hm... Was soll's eigentlich sein? So ein Antilopen-Käfer? Ah, not a fan. Wie würdest du Mega-Monetigo finden? Ah, so ein riesiger Haufen an Geld. Ich mag Monetigo. 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 Serapendra. Du findest es frech, dass Home was kostet. Ich meine, es ist ein Online-Service, der 24x7 erreichbar ist. Und alle deine Sachen bis jetzt sicher stort. Und es gab noch nie wirklich Probleme, was so die Sicherheit anbelangt. Es ist trotzdem ein bisschen unverschämt, dass es was kostet und so viele Fehler sind, wie mit dem Spindar und mit anderen Pokémon, die man nicht übertragen kann und sowas. Und das ist schade, dass es zwei Apps gibt, die nicht beide das gleiche können. Aber 13 Euro im Jahr ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Ich finde, es ist ein Preis, den man zahlen kann. Also ich benutze halt Home fast täglich, gefühlt. Deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm. Das ist jetzt aber ein wildes. Aber weiblich. Was sind deine Favorite Gen 5 Pokémon? Oh, ihr stellt Fragen. Meine Favorite Pokémon aus Gen 5 sind einfach Ramoth. Meins auch. Triggefalo, meins nicht. Lichtl, ja. Skalabra. 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 Ramoth. Wie heißt der T-Rex? Monegeras. Ist es Skalabra? Boah, ich weiß nie wie rum. Skalabra oder Skalabra? Ähm, Mon-Mon-Mon-Mon-Mon-Ege-Mon-Ege-Mon-Ege-Ras? Das sind alles nur so krasse. Gibt es nicht irgendwas Lustiges noch? Weißt du was? Ich schmeiße sogar Trubbish mit rein. Also, ähm, Unratetox. Ich hab's früher gehasst, Unratetox, weil ich war auch so einer von dem Team so, ah, Gegenstandspokémon, so dumm. Ich bin immer noch ein großer Feind von, von dem Eis. Dem Eis, auch Gen 5, glaub ich. Aber ich mag inzwischen den kleinen Müllbeutel. Monarguras, Balgoras, Amarino ist auch Gen 5. Ach, es gibt zu viele. Gen 5 hat zu viele gute Mons. Monarguras ist Gen 6. Ernsthaft? Ist ja kein Fossil hier. Anni, hier sind die Fossilien Flapterix und die Schildkröte. Was ist dann das andere Fossil neben Monarguras? Genau, Burp und Tattl. Aber was ist, was ist, was ist beim T-Rex? Was ist das andere vom T-Rex? Shadrago? Amagarga, ne, Amagarga. Der, der, der große Dino. Eben, der ist nicht Gen 5. Okay, gut. Ja, 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 die beiden. Ach, die sind so geil. Okay, dann nicht Dino. Wir werden es sehen, wenn ich die Pokémon sehe. Ich, es sind 170 Pokémon in diesem Spiel. Welchen Arenaleiter magst du am meisten? Keine Ahnung, Bob den Baumeister. Flampavian mag ich gar nicht. Ich weiß nicht. Aber dieses, dieses kugelrunde Ding mit Armen. Fast wie Menki, nur hässlicher. Flampavian ist ein hässliches Menki. Aber Gelatino kann man doch auch nicht mögen. Gibt's echt, gibt's Gelatino-Fans bestimmt. Aber es ist einfach dieses dumme Gesicht da drauf. Wenn es einfach ein Eis wäre, so wie Frigometri mit einem coolen Gesicht. Aber nein. Es ist ein Eis mit so einem, mit so einem dummen Gesicht, das sich so dumm anlächelt und dann Explosionen macht und meine Nasslock zerstört. So, Schallkörb. Ich will aber ein männliches Schallkörb. Ebranawatz ist doch bestimmt geiler, weil es ist doch auch Boden, oder? Und mein Sodamack ist nur Wasser. Ich, 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 ich würde Sodamack wegtun und dafür Schallkörb nehmen, weil Brana, ist, ist Branawatz eine Tauschentwicklung? Ne, Branawatz ist, glaube ich, ganz normal. Was sind hier überhaupt die Tauschentwicklungen? Schnuthelm und so. Hey. Branawatz ist Turbonice. Turbonice. Das ist die Jugendsprache, die neue. Turbonice. Du mochtest Gen 5, Origin Decks mehr als Gen 4, weil das Gameplay etwas schneller ist und es sich dadurch alles ein bisschen flüssiger anfühlt und keine Bäume für 1% Encounter. Ja. Aber dafür gibt es auch nicht so viele besondere Sachen. Gen 4 war halt krass besonders. Es gab so viele besondere Sachen. Fragen hier im Chat, be like, was ist deine siebtliebste Giftattacke? Ja. Äh, ich glaube, Branawatz ist doch auch Boden, oder? Oder ist es Giftwasser? Ne, ist es Bodenwasser. Haben halt eine krasse Schwäche gegen Pflanzen dann. Boden. Mit Nehmer. Anstatt Sodamack. Branawatz ist super hässlich, aber das soll hässlich sein. Das hässliche Entlein, das hässlich bleibt. Wobei Schalkkopp ist süß. Dann wird es auf einmal sehr unförmlich. Zipliebste, würde ich sagen, könnte so Giftzahn sein. Warum beantwortet ihr das? Apoqualyb, boah, Apoqualyb ist auch cool. Aber das ist nur Wasser, oder? Apoqualyb. Apoqualyb ist der Pringles Man. Stimmt. Was soll euer 21 liebstes Stahl-Pokémon? Ich glaube, es gibt nur 21 Stahl-Pokémon. Nein. Magnetilo. Ah, Wassergeist, stimmt. Oh mein Gott, Apoqualyb ist so viel cooler. Von Wassergeist hat keine Vierfachschwäche, oder? Pranawats hat halt die Pflanzen, krasse Pflanzenschwäche. Aber Apoqualyb ist so cool. Apoqualyb ist so cool. War das nicht auch immer das Problem bei Zumpax, die Typen-Kombi? Ja. Aber Zumpax, ja. Aber es ist halt nur das eine. Du darfst halt einfach kein Pflanzen-Pokémon nehmen, wenn du Pranawats draußen hast. Also du darfst halt Pranawats nicht nehmen gegen Pflanzen-Pokémon. Dafür kann ich es gegen Elektro nehmen. Was ist mein 13. Lieblings-Item? Ich würde sagen... S13. Die wilden Encounters sind ja wild. Einen Schritt nur gehen können? Selten. So. Das ist jetzt aber... Praktiball können wir auch fangen. Schallquap muss weg. Die Zartminze. Der 13. Lieblings-Item. Zartminze. Eigentlich brauchst du nur Tricke Falo und ne Fee. Ne Fee, Lurky. Komm. Ich hab dazugelernt in Gen 4. Du auch. Gerade mit Gen 1 fertig geworden für meine Origin-Decks. Und nun sehen, dass du gerade an Gen 5 arbeitest. Motiviert direkt weiterzumachen. Nice. Gen 1 ist ein harter Brocken. Weil du halt noch null Gimmicks hast. Nix. Du kannst nicht mal schnell gehen. Du kannst einfach nix machen. Und du merkst halt richtig, wie du immer mehr Quality-of-Life-Sachen kriegst, um schneller zu spielen. Ah, ADN, du bist Adnubis. Lass mal, ich versuche zu überlegen, warum habe ich dich gebannt? Warum habe ich dich gebannt? Happens, warum haben wir Adnubis gebannt auf Twitch? Wieso gibt es kein Katagami in Kitakami? Was? Welches Pokémon trainierst du denn freitags am liebsten? Was ist los mit euch? Ich will, ich habe Angst, dass die Aquaknarien umbringt, aber tut sie nicht. Okay. Was, warum, wo ist Henriette? Warum sehe ich keine Henriette? Henriette, wo bist du? Da, warum sehe ich dich nicht? Da, Henriette, hallo. Also irgendwie mag ich es, auf YouTube gleichzeitig zu streamen. Ein paar von euch sind echt seltsam, aber ein paar von euch sind echt cool. Aber ich muss noch herausfinden, was für einen Chat ich benutze. Im Moment seid ihr eine riesige Masse an Menschen, die alle die gleiche Farbe haben. Ich hätte fast Henriette übersehen. Okay, ich fange jetzt. Der Stream hängt bei dir manchmal. Äh, bei mir ist alles grün. Wer sollte bei dir hängen, nicht bei mir. Was ist dein Lieblingsbeere für Pokerriegel? Aber es interessiert euch gar nicht. Ihr fragt doch jetzt nur so. Ja, Meistergriff ist cooler. Meistergriff ist so eklig, oder? Diese, diese Adern. Wobei, hier, Praktibalk hat auch schon Adern. Meistergriff ist strong, ja. Oh mein Gott. Bin ich eher seltsam oder cool? Du bist schon immer beides gewesen, Morgan. Welche Eisstrahlanimation gefällt dir am besten? Also aus welcher Gen? Das kann nicht eine ernsthafte Frage sein. Die dritte. Jetzt bringt dieses Praktibalk mich um. Ah, Praktibalk ist Tauschentwicklung, stimmt. Was ich aber machen könnte, weil ich habe ja zwei und schwarz und weiß und so. Ich habe noch gar nicht geguckt nach einem Calculator für die Fangchance. Hat, äh, wer ist's? Wer ist die Seite, auf der ich immer bin? Libelle. Dragonfly. Hat Dragonfly Cave ein Gen 5 Calculator? Wahrscheinlich. Henriette, du bist ein Morabel. Ne, warte mal. Äh, Dings. Ich Morabel. Aber auch M. Morabel. Ne, Morabel. Ne. Hä? Ich finde es so dumm. Es ist Burmi, Burmadame und dann ist es ein ganz anderes Pokémon. Morterpel, genau. Morterpel. Was ist dein liebster NPC in Pokémon Rot-Blau? Der alte Mann, der neben dem Mülleimer steht in Bobs Arena. Ich kann nicht fliegen. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Kann es sein, dass ich gebannt wurde, weil ich etwas gegen Miltank gesagt habe? Warst du die Miltank-Person? Ich weiß es nicht mehr. Adnubis. Chill. Du machst das gleiche wie, ne? Du hast, ich weiß es noch, einfach unendlich genervt. Du hast dauernd kindische, dumme Fragen gestellt, nicht aufgehört. Ich habe eindeutig dir zu deutlich gemacht, dass du mich anstrengst, dass du mich nervst und du hast nicht aufgehört und dann habe ich dich gebannt. Ganz einfach. Ich muss niemanden ertragen, der mich nervt. Und wenn es eindeutig ist, dass es mich nervt. Und du beginnst wieder, das zu tun. Wusste nicht, dass es nervt. Zum Glück gibt es tausende andere Streams, die du auch anschauen kannst. Nach der Logik mit dem Nerven wundere ich mich, dass ich noch hier bin. Es gibt einen Unterschied zwischen Nerven und tatsächlich lustig sein. Äh, hier. Ist, how is that Pokemon aufgrund des YouTube Streams deaktiviert? Nix sollte deaktiviert sein. Ist es deaktiviert? Who is that Pokemon, meinst du? Hat es jemand gemacht? Oh, vor drei Minuten. Katetsu, chill. Ist drei Minuten her. Ist doch nix. Ist doch nur drei Minuten. Äh, wegen. Die machen wir weg. Machen wir Praktibalk oder Karadonis? Warte, das nehmen wir mal weg. Schwalk, sch, 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 Schalkwap. Ähm. Karadonis ist Level 12. Der ist Level 16. Okay, für einen Arena-Leiter-Kampf müssen wir jetzt Praktibalk nehmen. Okay, ich hab immer noch nicht drei. Ich brauch immer noch einen Dusselgur. Hä, hab ich nicht zwei Zebrits gefangen? Ach, eins ist immer noch in meinem Team. Okay. Ja, das sieht doch okay aus. Okay. Jetzt versuchen wir noch einmal kurz die Arena-Leiterin. Wo ist der Pokémon? viel Spaß. Aber ja, ich würde auch Robball sagen. Glaubt ihr auch Robball? Al-Gid? Genau, Fenster. Das ist sehr knapp an einem Bann von Twitch. Oh. Ah, come on. Das ist jetzt nicht so. Ähm. Das ist, ist das Robball. Oha. There is a Robball. A Robball. Äh. Es ist faszinierend, wie man das dann irgendwie doch erkennt, ne? Obwohl es einfach nur ein paar Vierecke waren. Oder hier? Who's that Pokémon? Hm. Wir hatten letztes Mal schon Anego. Veggie-Mug, Sodamug, Veggie-Mug. Oh, stimmt! Oh mein Gott, ich hab einer der Affen. Das hab ich ja gar nicht gesehen. Octillery. Nee, ich sag Prakti-Mug. Was könnte, einer schaut nach rechts. Ich glaub, das ist ein Veggie-Mug. Er ist in unserem Team und ich habe ihn nicht erkannt. Sodamug, es tut mir leid. So, komplett untrainiertes Prakti-Bug. Kommst an erster Stelle. Kannst du überhaupt Kampfattacken, Prakti-Bug? Ich glaub, der konnte Steinwurf. Stimmt, ich hab mich aus dem Team geworfen. Wir kennen ihn gar nicht mehr. Nervig aktuell. Hä, wie nerve ich? Happens. Los. Jenny, hallo. Oh, er kann Fußgick. Kick it. Das ist nicht cool. Was? Okay, ich bin nur Level 16. Äh, die wird schwerer, als ich dachte. Okay. Okay. Terry Buck, was tust du? Oh nein. Heimzallung. Oh, tschüss. 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 Immer noch verwirrend, wenn du was von YouTube vorliest. Sorry. Deswegen lese ich es aber vor. Ich hoffe, dann checkt ihr es wenigstens ein bisschen, so, auf was ich antworte. Ich kann halt echt, okay, ich muss einfach praktikal trainieren. Zweite Arena Leiterin macht Probleme. Wer hat die Attacke ab? Ah, der kann halt auch Bodycheck. Aber er bringt sich selbst um mit dem Bodycheck. Komm, lass doch, lass doch Attacke machen jetzt. Okay, okay, okay. Nächstes, guck mal da, guck mal da, guck mal da. Grasmix. Ist das schon, sie hat die nur zwei? Die hat nur zwei. Okay, dann schaffe ich es. Hallo, Ryu. Quaest somat, du bist ein, äh, äh, Gufa. Gufa. Und Hübertrank. Hallo, Gax. Komm später noch Final Fantasy. Äh, nee. Wie ging's denn mit dem Shiny-Dioxys? Wir sind da auch bei knapp 4000 jetzt. Das dauert noch ein bisschen. Aber vielleicht auch nicht. Mal schauen. Einem Shadow-Dankeschön für 14 Monate. Wir verlosen jetzt ein doppeltes Shiny. Wenn ich diesen Kampf hier verloren hab. das schaffen wir noch. Komm, äh, 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 Nagelotz, bekämpf deinen großen Papa. Riu, Dankeschön für 36 Monate Prime. Komm schon. Nein. Irgendjemand konnte ruckzuckiep von meinen. Oh, das ist, ach nee, ich hab die auch alle ausgetauscht. Äh. Komm schon. Mach eine normale Attacke. Guck mal da, gönnt nicht. Gönnt nicht. Komm, Eliseber. Gönntest du ruckzuckiep? Das wird wahrscheinlich eh nicht reichen. Ruckzuckiep. Ein bisschen. Jetzt trifft es? Ne, doch trifft. Oh, es ist wenig. Oh mein Gott, ich schaff den Kampf nicht. Krass. Nur wegen dem Trank von ihr. Ey, ich hab keinen Trank benutzt. Die soll auch keinen benutzen. Hallo, Leon. Obstrahl killt doch auch nicht. Überlebe. Ah, krass. Keine Chance. Bismarck ist eine Anspielung auf Bismarck? Ja. Schade. Wegen dir wollte ich einen 3DS kaufen mit Pokébank oder wie der heißt. Aber es ist so selten und wenn es geben würde, würde es sehr teuer sein. Ich wollte nur SoulSilver spielen. Hast du schon einen DS? Dann modde den DS. Du musst dir keinen DS extra kaufen, der Bank drauf hat. Modde deinen DS, den du hast. Wenn du keinen hast, dann musst du einen so für 100 Euro kaufen. Maslog beendet. Ja. Ich schaff das, wenn ich es nochmal probiere. Aber jetzt ist Schluss. Das war der erste Gen 5 Origin Deck Stream. Wir sind nicht weit gekommen. Ryo schenkt Lex ein Sub. War das Zufall? Lex, hallo. Lex wird aus dem Lurk gezwungen. Danke für die Subs. Wir haben heute 27 Subs bekommen. Das heißt, dass ich jetzt eins meiner doppelten Shinies verlose. Wenn ihr eins meiner Shinies haben wollt, dann müsst ihr jetzt einfach nur mitmachen. Allerdings braucht ihr natürlich auch ein Spiel, auf dem wir das tauschen können. Das kommt ganz drauf an, welches ihr wollt. Aber wir reden natürlich von Switch. Und ihr könnt die Shinies sehen, die ich doppelt habe, mit Ausruhzeichen Daily. Es ist schon zweimal im Chat drinnen. Die Shinies könnt ihr euch aussuchen. Und das einzige, was ihr machen müsst, auf Twitch, auf YouTube geht's nicht. Ihr müsst auf Twitch in den Chat reinschreiben. Ausrufezeichen Giveaway. Hat nicht funktioniert. Okay, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ist das Token abgelaufen? Token ist abgelaufen. Success. Ihr müsst. Ging's jetzt? Um geht's nicht. Reset Giveaway. Jetzt. Okay. Ausrufezeichen Giveaway. Und jeder kann mitmachen. Macht bitte nur mit, wenn ihr auch wirklich bereit dazu seid, ein Shiny jetzt zu empfangen. Habt das Spiel, seid online, habt Nintendo online und so weiter. Sonst verschwenden wir nur Zeit in dieser schnellen Welt. Wir haben hier noch von Underground Barbie einen Grandiras. So, wir haben letztens ein bisschen aufgeräumt. Ich hab all die Ghost Shinies in den Wundertausch gepackt, weil ihr die nie wolltet. Das heißt, die Auswahl ist jetzt um einiges kleiner, aber übersichtlicher. Genau, und geht nicht wie letztes Mal einfach nach ein paar Minuten weg. So, Giveaway. Okay, du hast gewonnen. Nie, nie, nie mehr gesehen. So, ich mach meine Kamera kurz aus, dann seht ihr die Shinies hier auch nochmal. Wir haben hier ein paar Haspi-Oars, wir haben ein paar Carpadore, wir haben einige Pokémon aus Kamesinopopor und aus Legends Arceus. Nicht alle sind von mir persönlich. Das könnt ihr dann hier nochmal sehen, kann ich euch genau sagen, wenn ihr eins von mir wollt. Hier ist zum Beispiel eins von Mauri. Das Don-Fan von Mauri, das er zurückgewinnen möchte. Ein O-Mod von Happens. Ein Gortrom von Happens. Ein Inteleon von Happens und ein Liberlo von Happens. Aarschrift bitte, okay. Ein paar Indivias, aber alle männlich. Wir haben ein paar Gravaloros auf meinem Weg zum weißen Gravaloro. Ein paar kleine Steine. Ein Simsala. Alles Männchen auf meinem Weg zum Weibchen. Einige Leufeos auf meinem Weg zum Männchen. Ja, ist was dabei. Die Malons sind natürlich alle männlich. Wie viel hatte ich, ich glaube ich habe zwei Männchen gefunden, bevor ich das Weibchen gefunden habe. Ja, hier zwei Männchen bevor das Weibchen kam. Macht Ausrubezeichen Giveaway. Im Moment sind es 19 Leute, die mitmachen. Das heißt, ihr habt eine Chance von 1 zu 19. Einschein, ihr euch hier aussuchen zu dürfen. Nein, Vivillon gehört nicht dazu. Und die erste Seite gehört auch nicht mit dazu. Also, nein, ihr kriegt nicht meinen Gengar und meinen Celebi und sowas. Aber ab hier ist alles fair game. So, wir sind bei 20. Immer männlich die Viecher. Mollungs. Nicht immer. Du musst die Männchen besser verkaufen. Ein männliches Mollung. Ich brauche noch ein Celebi für Home. Nein. Brauche ich dafür Switch Online? Ja. Mir wären die GoShinies vollkommen Latte. Tja, jetzt sind sie alle weg. 159 GoShinies einfach in den Äther geschickt. Okay. 22 Entries. Ich drücke auf den Knopf. Und dann wird random eine Person davon ausgewählt. Ist das Urgel von mir? Ich glaube, ja, das Urgel ist von mir. Warum ist das Urgel von mir? Warum habe ich zwei Urgels? Habe ich zwei Urgels? Lass mal kurz gucken. Ja, ich habe zwei Urgels. Ich weiß nicht mehr, warum. Okay, ich drücke auf den Knopf. 22 Leute haben mitgemacht. 1 zu 22. Gewonnen hat Maori Racing. Du hast gewonnen. Ich gebe dir nicht ein Shiny Celebi. Aber es ist aus Go. Willst du mein Shiny Celebi? Willst du nicht das Shiny Celebi? Du willst auch nicht dein Donphan wieder? Ich will das. Das steht nicht zur Auswahl. Normale Celebi? Ich sage das die ganze Zeit. Ja, aber du hast nicht gewonnen, Mariko. Mariko weint dann. Ja, ihr könnt nicht einfach eure, ihr könnt nicht einfach immer Pokémon claimen und dann die ganze Welt darf nicht dieses Pokémon kriegen. Nur Mariko darf Celebi's bekommen. Was du wolltest? Was wolltest du? Flampion? Ich glaube, das ist auch von mir gewesen, ja. Wo ist es? Ich finde es nett. Ich finde es nett. Das da. Das da. Das war eins von den Flampions, die ich zu viel gebrütet habe. Also ich habe halt so viele Eier gebrütet. Also nicht gebrütet, machen lassen. Und dann habe ich ausgebrütet und dann kam zwei und dann kam noch ein drittes. Das ist auch die die Lore dahinter kennst. Okay, das willst du? Äh, wo? Schwert und Schild. Glaube ich, geht es nur, ne? Dann müssen wir Schwert und Schild anmachen. Ich habe es mitgekriegt, Rigo. Du hast ja fleißig geschrieben, wie du das DLC durchgespielt hast. Hat es dir denn gefallen? war ich schon, weil Dynamax-Abenteuer die Entwicklung, meinst du? Kurz, aber war ganz gut. Ich finde, der Content vom zweiten DLC ist schon ordentlich. Aber ja, die Story ist ein paar Kämpfe. Harte Kämpfe, aber. Die Lehrerin ist dir suspekt? Ich meine, du hast alles durchgespielt, die Story von Gen 9 ist fertig. Man kann so viel in die Story reininterpretieren die ganze Zeit und sich denken, oh, damit das hätte, das hätte, das hätte, ja, hätte, hätte, nichts haben sie draus gemacht. Die Lehrerin hat richtig böse Katzenaugen, nix wahr. Bring back Olivia. So, wie geht das jetzt hier? So, online, Mauri muss das gleiche machen. Wer ist Olivia? Ist es die aus Schwert und Schild, die im roten Kleid? Die heißt doch nicht Olivia. Wer ist Olivia? Passwort? Die Mailforst Gen 8? Hallo, hallo, 6969 2424. Männlich und wertlos. Erstmal großen Dank für deinen riesigen Beitrag zur deutschen Pokémon Community. Stop it. Ich verfolge dich nun seit zwei Jahren auf YouTube, mittlerweile auf drei Channeln und du hast echt wieder das Kind in mir erweckt mit all deinen Referenzen und ich konnte mich daran erinnern, wie mein Vater mir ein Gameboy Pocket mit Pokémon rot und blau schenkte. Wirklich Dank dafür und ich bin nun fest entschlossen selber auch den Living Origin Decks anzugehen. Nice. Viel Spaß. Finde ich sehr cool. Danke für die Nachricht. Dauert das so lang? Bist du online gegangen? Hast du Plus gedrückt? Ja, ich finde die Kamesin Popo Stories wirklich die beste Story, die in einem Pokémon Spiel jemals gemacht wurde. Vielleicht Legends Arceus noch, die war auch sehr cool. Aber ich mochte einfach das ernste Thema am Ende und sowas. Ich meine, davor war alles immer noch so kindlich und Nenemona war so ich bin online gegangen, hier sind Leute. Aber dann Zone 0 Peppers Eltern und sowas das war schon einfach geil gemacht. 69692424 Gibt's hier so Probleme mit DNS oder sowas? Wie ist das? Mach nochmal. Vielleicht musst du nochmal machen weil ich auch nochmal neu gemacht hab. Ne. 69692424 Online Verbindung. Hätte nicht gedacht sowas in einem Pokémon zu sehen. Ja und deswegen dachte ich auch, dass sie im zweiten DLC in Zone 0 zurückgehen und dort dann tatsächlich die Mutter ist. Ich meine, wir haben die Mutter in dem Flashback quasi gekriegt und sowas. Maury, du heißt glaube ich Maury. Heißt du Julius? Das bist nicht du, oder? Wer wollte sich hier reinschummeln? Wer schummelt sich hier rein? Nein, ach Gott. Ach Gott, 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 immer anders. Schummelt. So, dann breche ich mal das mit dem Flampion. The way up. Maury. Mit dem Flampion. Bisschen angepieseltes Flampion. Und was kriege ich dafür? Amagarga. Ein wunderschönes Tier. Das ist doch Gen 8, oder nicht? Was wir gerade spielen, ist Gen 8. Ob es eigentlich ist Compact Carbon noch irgendwas bezüglich zweiten DLC? Nee. Der riesen Platzhalterfelsen? Das ist kein Platzhalterfelsen, da ist einfach Frankreich. Was sollen sie denn sonst da hin machen? Wenn sie da Frankreich tatsächlich zeigen, denkt man, oh, ich kann da hin. Also schraffierst du es aus. Von wegen, da ist Spanien, da geht es nach Frankreich. Das ist in allen Spielen immer schon so gewesen. Also wenigstens die Karten hätten wir austauschen können, Maury. Traurig. Okay, das war's. Ich habe doch keine Erfahrung von Gen 8. Wir können coole Karten austauschen. Hättest du mal eine coole Karte gesehen, wie ich so irgendwie dastehe. Die Pyrenäen. Genau. Okay, meine Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Dasein. Ich glaube, ich ziehe das so durch mit YouTube und Twitch-Stream gleichzeitig, wenn wir Gen 5 machen. oder vielleicht eine extreme Shiny Hand oder sowas. Wenn ich Final Fantasy streame in der Nacht oder sowas, irgendwann, dann mache ich das nur auf Twitch, weil das mache ich wirklich nur aus Spaß. Aber ich empfehle euch alle, die auf YouTube zugeguckt haben, kommt auf Twitch einfach rüber. Es ist einfacher. Wir sind alle in einem dann und ihr könnt auch Sachen einsetzen, Punkte sammeln und was nicht alles. YouTube läuft der Stream einfach nur so und ihr könnt da nicht wirklich viel machen. Danke, Ignis. Und hat jemand jemanden, den wir raiden könnten? Ansonsten gucke ich hier mal. Kasiro. So klinge ich. Und ihr wollt mir zuhören, ihr schaut mir zu, wie ich so klinge. Ein gebrochener alter Mann. Don Hunter GG. Wer ist Don Hunter GG? Arceus Resets? Cool. Kenne ich noch nicht. No Superman hat auch gleich zwei Leute. Spaßet ihr fürs nächste Mal auf. Frankie. Lasst uns geschwind zu Don Hunter gehen. Sagt Hallo. Er hutet anscheinend ein Arceus in BDSP und Molly Morba in Oras, glaube ich. Wenn ich jetzt den Namen richtig eingeben kann. Es ist so anders immer wieder. Okay. Vielen Dank fürs Dasein und bis morgen oder übermorgen oder übermorgen Gen 5 Origin Decks. Wir sind drin. Wir sind dabei. Tschüssi.